So, einen wunderschönen guten Abend da draußen an die tolligen Zuschauer. Hallöchen zusammen zur fünften Folge von Tremier Trouble. Tuturu! Mit dabei wieder ganz tolle Gespiele und ich bin sehr gespannt, was heute passieren wird. Und ja, dann würde ich sagen, hüpfen wir gleich mal ins Geschehen. Aber zuerst nochmal für diejenigen, die die letzte Folge vielleicht noch nicht gesehen haben. Was ist denn passiert? Ja, es ist recht viel passiert tatsächlich. Denn wir haben allerhand Infos bekommen, zumindest was den Aufenthaltsort der guten Antje angeht. Und Markus hat seinen Auftrag, also unseren Auftrag dann mit uns geteilt, den er von der liebreizenden Regentin erhalten hat. Und dass wir uns um Antje kümmern sollen, so als Klüngel, die wir ja sehr verklüngelt und verfreundschaftet sind. Nur damit wir dann im Anschließenden feststellen dürfen, dass sie uns den Sheriff auf den Hals gehetzt hat, der zumindest mit Markus noch irgendwie was zu klären hatte. Ja, so ein bisschen Probleme gab es da. Dieses eine Telefonat, also das ein Bruder ausrastet. Naja, ich kann das nachvollziehen. Ja, aber der hat dann die volle Macht von Haus und Clan, beziehungsweise zweimal beherrschen, einmal Blutkessel auf sehr hoher Stufe, meine ich. Ja, also wir haben ihm schon gut was gemacht, ja. Das hat er noch ein paar Tage gut vor, auf jeden Fall, ja. Viel wichtiger ist, offensichtlich wollte die Regentin dafür sorgen, dass, wenn der Sheriff mitkommt, Antje direkt von der Kamerilla gefangen genommen wird. Zumindest ist das unsere Theorie, genau. Was wir auch gemacht haben, um den Offenheitsort der guten Antje herauszufinden, haben wir vielleicht ein klitzeklein Gefallen beim Nosferatu-Offen, der ganz vielleicht eine ganz bestimmte Toreador, naja, sagen wir mal, für sich haben möchte. Und wir sollen dafür sorgen, dass sie quasi zum Nossi geht, noch keine Ahnung, wie wir das hinkriegen, aber irgendwie werden wir das wohl schaffen. Sagtest du gerade wir? Ja, wir als Klüngel. Wir als Klüngel. Jetzt fängt er hier auch schon so an mit, meins ist deins und, beziehungsweise mein Problem ist dein Problem, aber mein Lohn ist mein Lohn, bleibt mit den Fingern weg. Nein, nein, mein Problem ist unser Problem, mein Lohn ist mein Lohn. Genau. Ja, ja. Auf jeden Fall haben wir die gute Antje gefunden, in einem Abrisshaus, wenn ich mich nicht erinnere. In der Nähe von dem Park, wo wir vorher mit dem guten Herrn Engel gesprochen haben. Weswegen wir auch ein bisschen gegen den Herrn Engel geschossen haben. Ja, die ist wichtig, Assamie zu sein und so, wilde Theorien. Und Antje hat dann gesagt, hey, genau das hier wollte ich, ich wollte, dass ihr den Spuren nachgeht, denn jetzt redet Haus und Klan über den Vorfall wieder. Und sie hat angedeutet, dass Meister Kapisa mit ihr unter einer Decke steckt, also dass der Bescheid wusste. Ob das stimmt, können wir ihn selber fragen, aber erstmal, ja. Und dann hat Gerd den Vorschlag gemacht, nee, du kommst jetzt mit und stellst dich der Gerichtsverkehrs von Haus und Klan. Da war sie nicht begeistert. Markus war natürlich sofort auf Gerds Seite, wie sich gehört. Schlörfer und Karin waren so ein bisschen unentschlossen noch und ich glaube, da haben wir auch aufgehört. Ja, aber das heißt unentschlossen, verdunkelt trifft es eher. Und wir hörten auf, also wir haben, sie hat ja gesagt, sie will mitkommen, aber erst dann, wenn jemand vom Tribunal wirklich schon da ist. Und Gerd geht das alles so ein bisschen zu langsam und darum hat er seine großartige Sowjetisch für Technologie gezogen. Sie wollte ja jemanden von einem anderen Klanhaus, der das Tribunal leitet. Richtig, weil normalerweise wäre ja unsere Gentin die Vorsitzende des Tribunals. Richtig. Also eigentlich will sie... Oder sie wäre das Tribunal an sich, ich weiß nicht genau, ob es da Demokratie gibt. Beziehungsweise bräuchten wir einen Lord, aber irgendwo einen Lord herzaubern ist halt, okay, das ist bei den Klanen ja schon wieder denkbar, aber... Vor allem in Salzburg. Wahrscheinlich ist der nicht mal weit entfernt. Ja, also wahrscheinlich würdest du einen Fax tun. Ein Fax. Weiß Gerd, was ein Fax ist. Ja, Faxen kennt er. Los, wir müssen zum Telegrafie-Mast. Kann jemand morsen von uns? Ich glaube, das müsste Gerd sogar theoretisch können. Sehr schön, genau. Und ihr seid noch in diesem Keller da unten. Teros nach wie vor verdunkelt hinter ihr, wenn ich mich richtig erinnere. Also sie hat sich ja gegen eine Wand gelehnt, also auf jeden Fall neben ihr. Und ja, die anderen drei standen vor ihr und ja, zum Schluss hatte Gerd die Pistole gezogen. Und hat sie freundlich dazu aufgefordert, mitzukommen, was zumindest mal auf der Ebene keinen Effekt hatte, aber vielleicht ist ja die Pistole ein großartiger Meinungsverstärker. Tatsächlich schaut sie sehr erschrocken auf diese Waffe, damit hat sie wirklich nicht gerechnet. Und du siehst auch in ihrem Gesicht, wie es arbeitet, wie sie so ein bisschen die Chancen abwägt, wie viel Schaden ihr das jetzt anrichten kann, wie sie sich dagegen wehren kann. Und nach kurzer Zeit nimmt sie dann so langsam die Hände hoch. Ich gucke auf die Waffe. Hm, das war effektiver, als ich vermutet habe. Aber ja, gut, denn wir müssen nochmal fragen, wie weit ist das ungefähr von hier bis zum Gilderhaus? So weit dürfte es nicht gewesen sein. Ne, das Gebäude lag ja auch in der Innenstadt mit. Das war nicht irgendwie am Stadtrand. Das war ja bei dem Park da in der Nähe. Und der Park war auch nicht so weit weg, halbe Stunde oder sowas. Genau. Über 20 Minuten oder so. Gut, dann gehen wir mal. Müssen wir wirklich gehen? Ich meine, ich gucke zu Karim. Wir haben doch noch so ein kleines Meister-Kapeser-Abkürzel. Haben wir, aber er kommt da mit uns zu uns. Ich würde vorschlagen, wir gehen. Okay. Meinen. Okay, ja, müssen wir gucken, wie wir das machen. Naja, wir könnten sie jeweils an den Arm nehmen und wenn sie anstalten, noch zu fliehen, sie weiß selber, was unser Blut kann. Gut, ich würde dann dahinter gehen. Bist du da einfach in der Tasche und dann gehe ich zu ihrer Rechten. Ich bin mal kurz weg. Schlöfers Verdunklung ist stärker, als ich gedacht habe. Schlöfer wird uns folgen. Ja, Karin geht dann zur Linken und würde Antje recht sanft den Arm so um sie herum legen. So, als wenn man Freunde wäre. Na, sie zuckt so ein bisschen zusammen. Die traut euch keinen Zentimeter. Na, sie sieht auch vom Gesicht her, was jetzt so, sie durchläuft einen ganzen Emotionspool. A, so sollte das nicht laufen. B, scheiße, ich sitze richtig in der Klemme. Und C, auch dieses so, ja, schon diese Apathie, die dahinter steht. So, aus der Nummer kommt sie jetzt auch nicht mehr raus. Und das wechselt sich immer wieder ab, aber sie geht mit euch mit. Entschuldigung. Alles gut. Ja, Karin wirkt übrigens auch nicht sonderlich begeistert darüber. Ach, Markus wirkt sehr erfreut gerade. Läuft alles recht gut soweit. Okay, dann treten wir unseren Fußmarsch an. Passiert irgendwas auf dem Weg? Die Frage ist erstmal, wie lauft ihr? Hat jetzt Gerd weiterhin die Waffe so in ihrem Rücken oder hat er die weggesteckt? In der Tasche und aber so, dass er sie, also er hält sie immer noch in der Jackentasche im Prinzip. Gut, so verläuft sich euer kleiner Tross wieder zurück. Ein paar Menschen sind auf der Straße, aber ihr werdet jetzt nicht großartig wahrgenommen. Und ja, euch fällt jetzt auch nichts auf, was euch irgendwie komisch vorkommen würde. Und so könnt ihr euren Weg zurück zum Gilderhaus ansteuern. Ich würde mich dann an die anderen, wir sollten vorsichtig sein. Meine Schafferin hat ja schon angedeutet, dass sie die Sicherheitsmaßnahmen verschärfen wollte. Ich gucke einfach nur zu Antje und lasse das so stehen. Ja, sie lässt den Kopf mittlerweile komplett hängen. Und ja, ihr merkt das so, die hat aufgegeben. Wenn ihr jetzt auch direkt vor dem Gilderhaus steht, hebt sie auch den Kopf auf der einen Seite dieses so, ja, ich habe jetzt so lange versucht, hier wieder reinzukommen und jetzt komme ich hier rein und ist scheiße. Also man kennt ja diesen Gesichtsausdruck, einfach dieses so, wie bei früher in der Schule, wenn man einen Vortrag halten musste vor der Klasse, so ungefähr, nur halt ein bisschen schlimmer. Karin drückt ihren Arm tatsächlich ein klein wenig. Was sie einen zucken, entlockt. Sie hatte wohl Angst, dass du vielleicht irgendwas anderes machst. Ich würde mich dann ein bisschen entfernen und ein bisschen vorgehen und uns quasi ankündigen. Also gerade auch bei den Gargülen, die zwei, die da stehen, werden sicher Anweisungen haben, wenn Antje auftaucht, dass sie nicht sanft sind, sondern da sage ich halt Bescheid. Hey, wir haben eine Gefangene. Was euch auffällt, ist, dass diese Apotheke jetzt leer ist, also das Licht brennt nach wie vor. Ihr merkt das aber auch, wenn ihr über die Schwelle jetzt tretet, man hat ja diese typischen Apothekertüren, die öffnet sich, die kennt ihr auch, da hat sich nichts verändert. Wenn ihr jetzt aber über die Schwelle tretet, merkt ihr das, dass hier Magie am Werken ist. Also jeder, der hier nicht sein sollte, würde wahrscheinlich jetzt das erste Feedback kriegen, dass er doch hier nicht erwünscht ist. Die Apotheke selbst ist leer, da ist kein Ghul mehr zu sehen, niemand sonst. Und wenn ihr noch ein paar Schritte weiter rein macht, schließen sich die Rollläden langsam, dass die Verglasung quasi geschlossen wird. Und sobald die Rollläden unten sind, stapfen auch die zwei Gargülen in den Raum. Also auch hinter euch, die Glastür schließt sich und dann auch dieses Gitter, dieses Rollo, senkt sich nach unten, dass auch für euch quasi der Rückweg jetzt auch abgeschnitten ist. Ja, und die zwei Gargülen stapfen auf euch zu und recht unsanft würden die auch die Antje in Gewahrsam nehmen. Also quasi einer rechts, einer links, sie jeweils am Arm packen, einfach so mit Leichtigkeit nach oben heben und sie wegtransportieren. Auch nicht großartig miteinander reden. Der eine würde, obwohl, kommt, kurze Frage, Schlürfer. Wir sind jetzt davon ausgegangen, dass du verdunkelt hinterherkommst. Ja. Bist du auch dann mit reingegangen in die Apotheke, oder? Ja, durchaus. Durchaus, okay. Ja. Entdunkelst du dich dann wieder? Ich hätte vielleicht gleich was gesagt noch, aber bis jetzt bin ich verdunkelt. Okay, nee, dann passiert nichts weiter. Dann nehmen sie sie halt nur mit. Ja. Und schaffen sie in die unteren Gemächer. Die Tür halt zu diesen Tremérräumen, den Kellerräumen, die euch so vertraut ist, steht offen. Und es ist sehr still. Ja. Dann nach unten, zu unserer geliebten Regentin, würde ich sagen. Das gefällt mir das nicht. Ich weiß gar nicht, was zu sagen. Bisher läuft doch alles super. Wir haben die Verräterin dingfest gemacht. Eine Verräterin, die keine Verräterin ist. Laut ihrer Aussage. Das Tribunal soll das entscheiden. Genau, das ist der Punkt. Das Tribunal wird entscheiden. Dann gehen wir mal nach unten. Ich würde tatsächlich mal zunächst in die Bibliothek fliegen. Okay, ja. Um gucken, ob meine Mentorin dort ist. Ihr geht ja einen gewissen Weg zusammen, bevor sich dann der Weg teilt. Die einen gehen halt ganz nach unten zur Regentin, die anderen, also du gehst Richtung Bibliothek. Und dann machen wir die Bibliothek auch zuerst. Was euch jedoch allen auffällt, ist, dass ihr niemandem begegnet auf den Gängen. Also es ist kein Tremär irgendwie zu Gegend. Ihr geht davon aus, dass die sich entweder verschanzt haben irgendwo oder halt irgendwo zusammenhocken. Und während Schlöfer so die Gänge entlang geht oder auch entlang fliegt. Ah, fliegt. Und du bei der Bibliothek ankommst, findest du tatsächlich deine Erschafferin vor. Wie sie recht geknickt am Tisch sitzt. Und du bist dir sogar sicher, dass da eine blutige Träne über ihre Wange räumt. Also rinnt. Würde ich quasi mich auf den Tisch vor ihr stellen, mich entdunkeln. Oh! Boah, Schlöfer, du bist's. Ich hab dich gar nicht reinkommen hören. Entschuldige. Und sie macht diese Geste, die sie immer bei dir macht, dieses so über den Kopf streicheln. Dieses recht sanfte. Wir haben euch hier zurückgebracht. Sie nickt. Das hab ich mir gedacht. Ich habe es von den anderen gehört, welcher Verdacht im Raum steht und... Ach ja? Was haben sie denn gesagt? Das ist vielleicht einer... Dass es ein Hinterhalt war und sie unschuldig ist. Falls das stimmt, hab ich versagt. Und wieder rennt dir so ne blutige Träne übers Gesicht. Ich scheine auf niemanden richtig gut aufpassen zu können. Nicht auf mein Eigenfleisch und Blut. Und bei dir scheint es auch nicht zu klappen, Schlöfer. Hm? Wie meinst du das? Ich lebe. Naja. Das stimmt. Aber das hier wird Wellen schlagen. Und ich weiß nicht, wie... ...andere von unserem Blut darauf reagieren, wenn sie wissen, dass ein... ...kleines Kerlchen wie du Zugang zu so viel Wissen hat. Ich weiß nicht, ob ich dich beschützen kann. Hm. Lass uns doch erst einmal sehen, ob wir nicht Antje retten können. Es wird schwer werden. Es wird schwer werden. In jedem Fall. Wir haben einiges an Beweisen. Und sie erhebt sich langsam. Ich habe mir diesen Tag auf der einen Seite immer herbeigesehnt. Ich wollte sie wiedersehen. Auf der anderen Seite hatte ich immer Angst davor. Vor dem, was ich vielleicht gezwungen bin, zu tun. Wir alle haben einen Eid abgelegt, als wir gewandelt wurden. Und in diesem Eid heißt es, dass wir jeden Verräter zur Strecke bringen. Und die Geheimnisse von Haus und Klan schützen. Nun denn... So wie ich das sehe, gibt es hier momentan einige, die bestraft werden müssen. Aber das wird das Tribunal entscheiden. Richtig. Na gut. Also, wollen wir gehen? Ja. Und sie richtet sich auf und zieht so ein Tuch. Also kein Taschentuch im eigentlichen Sinne, sondern eher so eine Art Seidentuch heraus. Was bläulich ist, mit ein paar roten Bestickungen drauf. Was wohl ein Familienwappen... Ne, doch, Schlürfer sollte das wissen, dass das ihr Familienwappen ist, was da eingestickt ist. Womit sie sich die Tränen aus dem Gesicht wischt. Bevor sie das wieder verstaut, die ihr so ein bisschen die Hand auf die Schulter legt. Dann lass uns gehen. Gut, dann sind wir jetzt wahrscheinlich ein bisschen hinter den anderen, bis es dann gleich unten losgeht. Genau. Und wir hüpfen zu den anderen, die sich auf zur Dirigentin gemacht haben. Ja, also zumindest ich wollte da hin, wenn der zum Karin mitkommen wollen, ja. Das war unser aktueller Job. Von daher ist der erste Weg tatsächlich Dirigentin. Ja, die Tür zu ihrem Büro steht offen. Und ihr hört Schritte so auf und ab gehen. Also dieses recht unruhige... Ihr kennt das, dieses so... Immer wieder den Kreis im eigenen Büro laufen, wenn man über etwas nachdenkt oder vielleicht auch nervös ist. Ja, dann klopft Gerd mal freundlich an. Sie bleibt abrupt stehen. Aha! Die Helden unseres Gilderhauses. Willkommen! Wir sind keine Helden. Wir sind treue Diener des Gilderhauses und haben nur unseren Job erfüllt. Na, das seid ihr, das seid ihr. Die Verräterin wurde zurückgebracht. Damit sie ihr gerechtes Urteil erhält. So sieht es aus. Macht mir mal bitte die drei, die anwesend sind, ein Wurf auf Wahrnehmung und Empathie. Die Schwierigkeit ist an dieser Stelle acht, aber aus Pex geht wieder runter. Okay. Das ist nichts bei mir. Oha, es geht los. Da hat man schon so viele Würfel zur Verfügung. Ja, vor allen Dingen, guck dir das mal an. Bei ihm 9-9-1-1. Ich 9-9-1-1. Okay, aber... Das ist gruselig. Aber richtig gruselig. Und ich hab 10-1. Ja, aber warum sollten wir auch an unserer geliebten Regenten zweifeln? Ja gut, sie steht da. Lächelt euch an. Ach, ich hätte euch gleich auf den Fall ansetzen sollen. Ich meine, ich weiß ja selber aus eigener Erfahrung, dass das Alter nicht immer etwas mit der Kompetenz zu tun hat. Nun dann. Bitte? Werter Markus? Soll das Tribunal gleich beginnen, werte Regentin? Oh, je früher, desto besser. Wer wird dieses Tribunal leiten? Meine Wenigkeit natürlich. Haltet ihr das für klug? Werte Regentin, nichts gegen eure Fähigkeiten. Aber die Verräterin hat vorgebracht, dass ihr vielleicht involviert wart in diesen Unfall, der sie verkrüppelt? Ich gehe mit verkrüppelt hat. Deswegen. Ein verzweifelter Versuch, noch Zwietracht in unserem doch so friedlichen Gildehaus zu sehen. Natürlich, aber wäre es nicht ein gutes Zeichen, wenn ihr deswegen die Leitung dieses Tribunals an einen anderen Meister abgeben würdet, an, oh Gott, warte, die Erschafferin von Gerd. Jetzt bringst du mich selber ins Stolpern. Ja, ja. Du meinst die gute Leselotte Theresia Schneider? Genau. An Meisterin Schneider beispielsweise. Weil, wie uns die Verräterin mitgeteilt hat, ist sogar Meister Kapeser vielleicht involviert. Zumindest hat sie das behauptet. Ich wäre sogar dafür, jemanden komplett anderen fern von unserem Gildehaus zu nehmen. Da bin ich gegen. Jemand, der eine frische Ansichtweise darauf hat, die nun unbiased ist. Aber willst du die Angelegenheiten unseres Gildenhauses bekannt machen, in anderen Gildenhäusern? Sind vielleicht alle Mitglieder von Haus und Clan, ganz egal, welchem Gildehaus wir angehören? Sind wir nicht in erster Linie Haus und Clan? Sind die Belange eines einzelnen Gildehauses nicht die Belange des ganzen Clans? In gewisser Weise vielleicht schon. Aber was hast du gegen Meisterin Schneider? Sie scheint mir eine sehr neutrale Person zu sein an sich. Dennoch ist sie Mitglied dieses Gildehauses und dementsprechend voreingenommen. Genau, aus dem Grund würde eine höhere Instanz vielleicht doch angebrachter sein. Nun, es ist zwar... Es ist angenehm zu sehen, dass ihr euch so sehr um die Belange dieses Gildehauses sorgt. Doch seid euch gewiss, ich werde die Angelegenheiten regeln. Ich bin schließlich Dirigentin und habe schon seit einigen Jahrzehnten bewiesen, dass ich diesen Posten mit Bravour auszufüllen weiß. Natürlich, aber darum geht es ja. Indem ihr die Leitung übernehmt, würdet ihr zeigen, dass ihr Dirigentin seid. Natürlich. War viel einen stärkeren Einfluss, hättet ihr es, wenn ihr es... Den Anlass gewähren lasst, wenn ihr vor dem Tribunal zeigen lasst, dass ihr unschuldig seid. Dass hinter dem Ganzen ein Komplott steht, den ihr in euren jungen Jahren als Regentin auf eure Art gemeistert habt. Wie gesagt, keiner misstraut euren Fähigkeiten. Wir wollen jeglich euren Ruf schützen. Und wenn ein Tribunal, das nicht von euch geleitet ist, sie für schuldig befindet, wäre das doch ein viel stärkeres Zeichen, als wenn... Naja, ihr als Tribunalvorsitzender das Urteil fällen würdet. Wie auch immer. Wie gesagt, ich weiß es durchaus zu schätzen, dass ihr euch solche Gedanken darum macht. Gerade du, werter Markus. Aber meine Entscheidung steht fest. Wenn ihr mich nun begleiten wollt... Und sie rafft sich so richtig, führt dann nach hinten, den Rücken gerade durchdrücken und marschiert als Erster aus diesem Büro hinaus. Ich würde dann... Wie genau würde denn das Tribunal ablaufen? Ihr wisst, ich war noch nie bei einem Tribunal anwesend. Doch. Ihr wart selbst schon bei einem Tribunal, Markus. Ach, äh... Stimmt. Vor zwei Nächten, ja. Zwei Nächte, 20 Jahre ist das schon her. Damals. Vorgestern. Aber, ähm, die Frage steht, wird auch Meister Krapeser im Rat der Meister sitzen? Selbstverständlich. Wie gesagt, die gute Antje hatte ihn beschuldigt, mit ihnen zu komplementieren. Irgendwann ein Kompluss zu sagen? Dafür ist ein Tribunal da, um derlei Dinge aufzudecken. Und ich werde als Paradebeispiel eines Richters agieren. Wie gesagt. Das glaube ich euch. Und damit setzt sie sich in Bewegung. Mhm. Ja, ich würde kurz warten. Bis dann. Das könnte Probleme verursachen. So könnte es. Also ich warte, bis sie aus der Hörreichweite ist. Ja klar, ne, ne, also... Die, die ist auch gerade, äh, die ist gerade sehr motiviert. Die ist auch, äh, stramm schrittes unterwegs. Definiere Probleme. Jetzt mal ganz im Ernst. Was hattest du erwartet? Du kennst sie doch am besten von uns allen. Natürlich. Hast du wirklich gedacht, sie lässt das einfach sich aus der Hand nehmen? Ich hatte die Hoffnung. Würdest du ihr einfach aus der Hand nehmen lassen? Das kommt drauf an. Sie hat kein Vertrauen in mich und meine... Äh, egal. Woher hat das? Nun, ich habe die Befürchtung, dass sie den Ausgang kennt. Sollte sie entscheiden oder sollte jemand anders entscheiden? Es wäre für sie auch besser, wenn jemand anders entscheidet. Ich glaube... Sie kennt den Ausgang, weil sie höchstwahrscheinlich den Ausgang schon geplant hat, so wie damals. Mit Sicherheit. Und wer sagt, dass wir nicht auch irgendwann in dieser Situation sind? Wie Antje? Karin zuckt mit den Schultern und geht dann los. Nun, das ist nur eine Frage der Zeit unter den Umständen. Und ich würde gerne einmal Meisterin Schneider aufsuchen. Und ich würde gerne zum Meister Kapesa gehen. Wenn der noch da ist. Vielleicht sind jetzt schon alle beim Tribunal, aber man kann ja mal vorbeigehen und gucken. Um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen. Wenn ihr nach denen sucht, ihr werdet sie nicht finden. Die sind alle bereits im Tribunalraum versammelt. Ach, herrlich. Und tatsächlich... Dann? Achso, gut. Ja, du, dann zum Tribunalraum. Transition. Wenn ihr den Raum betretet, hat sich die Sitzordnung so ein wenig verändert. Ihr erinnert euch noch, bei eurem Tribunal haben die Meister so Reihe an Reihe gesessen und ihr saßt quasi auf der Anklagebank. Jetzt hat sich eine Sitzordnung eingespielt. Ihr könnt euch das so vorstellen. Eine Regentin hier. Zwei, drei Stühle Platz. Meister Kapesa hier. Und eine kleine Traube um ihn drumherum. Eine Traube um Meister Kapesa drumherum? Von den anderen Meistern. Da ist keine Weintraube, also... Nein, 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 nein. Die stehen da oder sitzen? Ja, die sitzen. Die haben ihre Stühle quasi um ihn herum gestellt. Nicht wie ein Stuhlkreis, sondern so versetzt, dass sie halt auch was sehen. Aber... Und lasst mich raten, die drei Stühle an der Anklagebank sind für uns? Oder... Ne, das war... Ihr könnt euch das vorstellen wie... Ihr erinnert euch, da gab es diese Front, wo die Meister gesessen haben und ihr saßt quasi davor. Das waren ja damals die fünf Stühle. Das war einmal ihr vier plus die gute Malia. Ja, und es gibt jetzt in dem Sinne nur noch einen Stuhl, der quasi dieser Bankreihe vorgesetzt ist, wo die Werte Antje drauf platziert wurde. Die zwei Gargülen stehen rechts und links neben ihr mit verschränkten Armen. Und die drei Plätze sind für die Tremere gedacht. Die sind für euch. Die da noch frei sind. Ich würde noch kurz eine Notiz verfassen und sie an Meisterin Schneider durchreichen. Okay. Und die wird keiner lesen. Weißt du, du gehst doch mal auf. Die gehen nach ganz vorne und lesen das für alle vor. Ne, also ich kurz einmal... Einmal kurz hingehe ihr die Geberheit. Sie nickt... Kurze Frage, was steht drin? Eigentlich nur die Worte... Das Recht auf Berufung vor einem höheren Tribunal, Kodex, siehe Zeile so und so. Interessant. Also sie... Warte kurz, dass wir das nur abhandeln. Ich finde es schön, die Spieler sind Feuer und Flamme. Yay! So, sie nimmt dieses Papier entgegen, faltet es aber auch so, dass sie halt nur es selber lesen kann, dass ihr keiner so auch über die Schulter gucken kann. Mhm. Klappt es wieder zu, nickt dir kurz zu und dieser Blick sagt, warte. Warte. Dieses, äh, ich hab was vor. Ich glaub, dieses, ich hab was vor, getrifft es mehr. Mhm. Ja. So. Ähm, ich würde Platz nehmen und, ähm, ich sag mal, Gerd sitzt neben mir, also links, rechts dann unsere Regentin. Mhm. Und ich würde so einen kleinen Platz freilassen, damit Schlürfer sich da hinsetzen kann. Es gibt nur drei Stühle. Ich habe nicht vor, mich da hinzusetzen und das steht mir auch nicht zu. Oh. Das, das müsste Markus eigentlich am besten wissen bei dem, was er doch immer sitzt. Ne? Ja, aber ich würde ihm, also, er war ja Teil des Schlüngels und alles, also der arme Schlürfer. Wenn Malia und ich halt quasi den Raum betreten, sie wird sie wahrscheinlich zu den anderen setzen, oder? Mhm. Und du hast einen kleinen Hocker hinten links in der Ecke. Da ist so wirklich so ein kleiner Holzschemel von Anno Domine, den hat wahrscheinlich irgendwann Meister Capessa selber irgendwann zusammengeschraubt in jungen Lehrjahren. Da darfst du dich drauf platzieren. Also sitzt Karin quasi jetzt, äh, nah von den, äh, nah bei den anderen Meistern. Ja, ihr seid, wie gesagt, das ist eine Reihe. Das ist okay. Nur das letzte Mal habt ihr halt da gesessen, wo Antje sitzt. Das, äh. Und, äh, noch kleiner Hinweis bei dem guten Impaler oder eiskalten Händchen, brennt's nicht wirklich, das muss so. Also bitte keine Angst haben. Das hab ich wohl auch schon geschrieben. Wir distanzieren uns hier mit offiziell von jeglichem Drogengebrauch. Nein. Also, ja, doch tun wir. Naja, mal abwarten, wie die Verhandlung läuft. Ja. Karin wirkt ziemlich angespannt. Wenn alle Platz genommen haben, also auch, äh, tatsächlich wird gewartet, bis Schlürfer auf seinem Schemelchen da hinten sitzt, dann, äh, erhebt sich die Regentin, äh, tritt tatsächlich auch aus dieser Reihe hervor, geht so um den Tisch drumherum und stellt sich so schräg vor die, äh, vor Antje? Mustert jeden einzelnen Meister auch euch mit einem langen, äh, nachdenklichen Blick, bevor sie dann das Wort erhebt? Werte Mitglieder von Haus und Klan, es ist mir die größte Freude, dass wir heute endlich nach so langer Zeit das längst überfällige Urteil über die Verräterin Antje Holzmann fällen. Vielen von euch wird es noch im Gedächtnis sein, und sie schaut lange auf, äh, Malia, wie sie uns damals verraten hat, mit dem Sabbatpaktierte Geheimnisse preisgab, Geheimnisse, die wir uns über Jahrhunderte erarbeitet haben. Wer weiß, zu welchen teuflischen Zwecken sie dieser noch benutzt hätte. Doch dank unserer Musterschüler, dem Werten Markus, dem Werten Gerd und der Werten Karin, konnte sie in der heutigen Nacht gefasst werden. Sie haben es auch geschafft, sie hierher zu bringen. An dieser Stelle danke ich euch. Denn Haus und Klan vergisst nie, wer wirklich loyal zu Haus und Klan steht. Seid euch gewiss, dass ihr euch eine großzügige Belohnung erwartet, sobald dieses Tribunal vorbei ist. Nun, ich würde es kurz halten. Denn im Gegensatz zu den Seetzkindern kennen wir kein Nieten, keine Verjährung. Ein Verbrechen, was vor Jahrzehnten begangen wurde, ist heutzutage genauso aktuell wie damals. Und es gibt nur einen Weg, um dieses Urteil zu fällen, und das ist für mich der endgültige Tod. Es ist verwerflich, nein, gar ein Unding, unsere Geheimnisse nach außen zu tragen, zu welchen Zwecken auch immer. Es ist verboten, Haus und Klan den Rücken zuzukehren. Und an dieser Stelle möchte ich dieses Exempel statuieren. Auf das auch andere wissen, dass Haus und Klan einen Verrat niemals tolerieren wird. Aus diesem Grund, und sie schaut die Gagülen an, die auch jeweils jetzt die Arme, die sie ja so verschränkt hatten, so nach unten nehmen. Und sie nickt ihnen einmal zu. Und sie wollen gerade ansetzen, um, wie auch immer, Antje den endgültigen Tod beizubringen. Als sich Meister Kapeser geradezu lautlos erhebt und nur mit einem Räuspern so. Und sie schaut sich um. Und ein ziemlich giftiger Blick der Regentin trifft nun Meister Kapeser, der das Wort übernimmt. Verzeiht, werte Regentin, dass ich euch in eurer Ansprache und auch dem Urteil, das ihr zu vollstrecken gedenkt, unterbreche. Jedoch denke ich, dass es an der Zeit ist, auch andere Stimmen zu hören. Es sind Beweise aufgetaucht, die eine genauere Untersuchung nach sich ziehen. Und aus diesem Grund möchte ich an dieser Stelle diejenigen bitten, die die Beweise hervorgebracht haben, zu sprechen. Danach können wir entscheiden, wie dieses Tribunal weiter zu verfahren hat. Und Meister Kapeser schaut in eure Richtung. Ich meine, ihr schaut zu Gerd und zu Markus. Die die Beweise ja haben. Ich habe überhaupt keinen Beweis. Ich gucke zu Gerd dann, wenn Karin mich anguckt. Gerd hört dann eine Stimme in seinem Kopf. Ich hoffe, du hast die Beweise dabei. Es fing tatsächlich an mit einigen Ungereimtheiten. Ich möchte die gar nicht im Einzelnen beurteilen. Das steht mir nicht zu. Aber, werte Regenten, es waren beispielsweise die Schriften, die Fräulein Holzmann als Verräterin brandmarken sollten. Dabei sind zwei Dinge ungewöhnlich. Erstens die Handschrift, in der sich das Ganze befindet. Und zum anderen, wie sage ich es am besten, fangen wir erst mal damit an. Einfach, dass die Handschrift nicht zu der von Frau Holzmann passt. Und die sie aber gleichzeitig als Mitglied des Sabbats ausweisen sollen. Als Mitglied des Sabbats, was sie scheinbar nicht ist. Wir hatten auch Zugriff auf die Daten des Sheriffs, in dem Daten, die wir haben, ist nicht vom Sabbat die Rede. Nicht einmal. Das ist etwas ungewöhnlich. Für gewöhnlich, denke ich, sollte das doch höhere Wellen schlagen, oder nicht? Meister Kapeser nickt. Die Regentin hat die Arme verschränkt, steht nach wie vor neben Antje. Ich gehe davon aus, dass, indem wir die Missetaten von Antje aufgedeckt haben, einen Großteil der Pläne des Sabbats zerschlagen haben. Vermutlich sind sie daraufhin geflohen. Denn niemand greift eine Stadt mit einem starken Gilderhaus an. Vor allem nicht so nah zu Wien. Deswegen erachte ich es nicht unbedingt als Beweis, dass der Sabbat aktuell keine Aktivitäten hier führt. Tatsächlich denke ich, es ist vielmehr ein, ja, ein Ergebnis unserer brillanten Arbeit, dass wir den Verrat aufgedeckt haben. Und was die Handschrift angeht, vielleicht eine Fälschung, um mir etwas unterzuschieben. Denn scheinbar scheint schon jemand längeres Interesse daran zu hegen, mich als Regentin zu stürzen. Ihr meint, dieserjenige wäre dazu in der Lage, auch die mentalen Eindrücke des Schriftstückes zu verändern? Sie lächelt. Nun, wir sind Magier. Ich bin mir sicher, dass jeder von uns so seine Tricks hat, um Dinge zu manipulieren. Ich glaube nicht, dass eine solche Variante eine zuverlässige Quelle wäre. Meine Regentin, es stehen hier große Anschuldigungen. Warum dürfte ich vielleicht das Wort ergreifen? Sie überlegt einen Moment. Ihr Blick ist weiterhin auf Meister Kapesa fixiert, der ebenfalls noch steht. Und ganz, der macht eigentlich so einen recht entspannten Eindruck und ihr recht ruhig entgegenblickt, bevor sie dann den Blick langsam auf dich wendet. Sprech, Markus. Ich würde mich dann erheben und zu Meister Kapesa rübergehen. Meister Kapesa, mit allnötigen Respekt, ich würde euch gerne eine Frage stellen. Ihr hattet von dem Ritual berichtet, das vor Jahren schiefging, lange bevor ich dem Gildenhaus beitrat, oder auch Karin und Gerd. Er nickt. Das Ritual, dass die damals brillante Schülerin, wenn ich eure Worte zitieren darf, Antje einen Schaden zugefügt hat, der... sehr stark ist. Ja, um es auch für die Anwesenden noch einmal genauer zu erläutern. Die Folgen dieses, nennen wir es Unfalls, sorgte dafür, dass sie nicht mehr in der Lage ist, Taumaturgie zu verwenden, ohne dabei starken körperlichen Schaden zu nehmen. Der Schaden ist so groß, wenn sie auch nur mächtige Disziplinen verwenden würde. Sie sich selbst den endgültigen Tod herbeiführen könnte. Dabei dreht er sich auch so leicht um, um halt die anderen Meister auch mit einzubeziehen, die sich halt so schräg hinter ihm platziert haben. Und es geht ein Raunen durch die Meisterschaft und auch ein wenig Getuschel. Dann erlaubt ich mir die Frage. Ihr hattet damals das Ritual überwacht, das von Antje in damals Hilfe der neu gewählten Regente durchgeführt wurde. Ist das korrekt? Das ist richtig, ja. Ist euch während dieses ganzen Rituals irgendeine Merkwürdigkeit aufgefallen? Weil die Anschuldigung, die Antje gegenüber unserer wertgeschätzten Regentin vorgebracht ist, hat, war, dass sie das Ritual manipuliert hat. Weil sie sie als mögliche Feinde, als Anwärterin auf den Thron gesehen hat, obwohl die Regentin, unsere wertgeschätzte Lili Wendt, natürlich erst köchlich gewählt worden ist. Aber hattet ihr irgendwelche Zweifel, dass das Ritual... Hattet ihr irgendwann den Wunsch einzugreifen, weil irgendwas nicht so lief, wie es geplant war? Die Vorbereitungen wurden von mir überwacht. Die ganze Vorgehensweise wurde mehrfach durchgesprochen. Die Materialien wurden überprüft. Doch wie ihr selbst wisst, Markus, sind wir nicht immer alle zugegen, wenn ein Ritual durchgeführt wird. Das hat verschiedene Gründe. Der Größte davon ist die Konzentration. Nicht jeder von uns arbeitet am effektivsten, wenn sich 20 Augen in den Rücken bohren. Natürlich. Aber bei den ganzen Vorbereitungen alles, ist da irgendwas faul gewesen? Hattet ihr irgendwelche Zweifel oder ein, sagen wir, schlechtes Gefühl im Bauch? Nein. Die Vorbereitungen und die Durchsprachen waren absolut tadellos. Und bei der Durchführung an sich waren dann nur die damals neu gewählte Regentin Lili Wendt und Frau Antje anwesend? Das ist korrekt. Die hier anwesenden Damen könnten das auch bezeugen. Danke. Ja, ich drehe mich dann zu Antje um. Und Miss Antje, Sie wurden von Meister Capese als brillante Schülerin, eine hervorragende Magierin und alles beschrieben. Trotz des Vorwurfs hatte er nur Worte des Lobes uns gegenüber, und ich deute halt auf meinen kleinen Klüngel gegenüber ihm gesagt. Aber eine Frage. Warum hatten Sie sich entschieden, Dirigentin mit bei dem Ritual als Helferin? Ich nenne es mal Helferin oder Mit-Zauberin zu wählen? Das hat Dirigentin selbst getan. Sie hat sich angeboten, dieses Ritual zu unterstützen. Wie ihr sicher wisst, Markus, handelte es sich dabei um ein Ritual von sehr großer Bedeutung. Hätte dieses Ritual funktioniert, hätte es viele Sachen, viele Angelegenheiten von Haus und Clan vereinfacht. Man hätte ein besseres Instrument zur Kontrolle gehabt, was in einer Stadt vor sich geht. Aber habt ihr dem widersprochen? Ich meine, es wäre so einfach gewesen. Ihr hättet einfach sagen können, oh, werte Regentin, die Durchführung eines solchen Rituals ist doch unter eurer Würde. Warum habt ihr sie trotzdem an dem Ritual teilnehmen lassen? Sie ist die Regentin und die höchste Instanz dieses Gildehauses. Ich bin ein einfacher Meister. Es steht mir nicht zu, ihre Entscheidungen infrage zu stellen. Stimmt es, dass ihr zusammen mit ihr hier studiert habt? Dass sie und ihr quasi gemeinsam hier, ich will nicht sagen zu Unterricht gegangen seid, aber ihr wart zur selben Zeit Lehrlinge hier. Ist das korrekt? Meister Kapeser schmunzelt jetzt. Ich habe die Werte Lilly ebenso wie die Werte Antje ausgebildet. Ich verweile weitaus länger in diesem Gildehaus als manch anderer. Und es ist wirklich so ein alter Mann schmunzeln dabei, der freut sich gerade einfach, dass er massiv älter ist. Das sei ihm auch gegönnt. Noch. Miss Antje, hattet ihr irgendwann wegen des Rituals den Verdacht, dass unsere Regentin es manipuliert hat? Antje lässt weiterhin den Kopf sinken, hebt ihn ganz kurz, schaut dich an, lässt wieder den Kopf hängen. Und das ist ja, wenn du dich direkt angeguckt wirst beim Sprechen, sie nuschelt sich da quasi was in den Bart. So, nein, erst als es zu spät war, habe ich den Fehler gemerkt. Welchen Fehler? Spricht frei. Ich meine, es geht hier um euer Leben und nicht um meins. Sie hebt wieder den Kopf so ein bisschen schräg, so Angst, als ob sie Schläge zu erwarten hat. Was recht wahrscheinlich ist, weil immer noch zwei Gargülen neben ihr stehen. Und auch die Regentin, die ihr einen bitterbösen Blick zuwirft, wo sie auch wieder so zusammenzuckt. Wir hatten alles vorbereitet. Der Beschwörungskreis war gezogen, die Kerzen aufgestellt, Feuer entfacht. Die Schalen mit den verschiedenen Essenzen waren zusammengetragen und wir begannen, die Beschwörungsformeln aufzusagen. Alles verlief einwandfrei. Wir arbeiteten in geradezu perfekter Harmonie bis zu dem Zeitpunkt, wo es an der Zeit war, die Ingredienzien miteinander zu vermischen. Als sie kurzerhand die Schalen neben dem Kreis zerbrach und mit ihrem Fuß den Beschwörungskreis zertrat. Das ist komisch, dass ihr das jetzt so sagt. Also kurz nach dem Unfall wart ihr ja noch im Gildehaus. Warum habt ihr dann nicht vorgebracht? Warum habt ihr euch nicht bei den Meistern beschwert? Warum seid ihr nicht zur nächsten Instanz gegangen? Wenn es doch so offensichtlich war, dass sie einen Fehler gemacht hat. Oder ich sag Fehler gemacht, ihr sagt, sie hat es absichtlich gemacht. Aber wie auch immer, es war ja nach eurer Aussage ihre Schuld. Warum seid ihr nicht zu einer höheren Instanz gegangen und habt euch beschwert? Sie beginnt zu zittern. Ich habe nicht mit bösem Willen gerechnet. In dem Moment habe ich es für einen Unfall gehalten. Dass sie einfach abgerutscht ist, ausgerutscht, deswegen die Kreidezeichnung verwischt hat. Ich war aufgelöst. Ich habe Schmerzen empfunden. Mein ganzer Körper hat gebrannt wie Feuer. Ich hatte keine Gelegenheit, darüber nachzudenken. Als ich versucht habe, gegen Zauber zu wirken, hat das das Gefühl nur verstärkt. Ich hatte keine Chance mehr, irgendetwas zu tun. Und ich, einfach alles, einfach alles, mein ganzer Körper war wie gelähmt, verstümmelt. Und ich habe mich an sie gewandt und sie hat gesagt, wir finden eine Lösung. Sie meinte, ich soll ihr nur vertrauen, dass Haus und Clan zusammenhält. Und ich habe ihr vertraut. Und an der Stelle, das werde ich jetzt nicht nachgeben, aber sie fängt an mit Wein. Eine rührende Geschichte, wirklich. Und so laut unseren Informationen wart ihr dann beim Prinzen. Der Prinz wollte euch als Mitglied des Sabbats sofort hinrichten. Und trotz eurer eingeschränkten Fähigkeiten seid ihr dann entkommen. Richtig? Das ist richtig, ja. Was ich mich jetzt frage, ihr seid danach in Salzburg geblieben, richtig? Natürlich bin ich in Salzburg geblieben. Was nützt es mir, in meinem Zustand die Stadt zu verlassen? Jeder Sterbliche könnte mich jederzeit vernichten. Hm, interessant. Und habtet ihr nie den Wunsch, euch an eine höhere Stelle zu wenden? Ihr hattet selber in dem Haus behauptet, Meister Kerpeser stände in Kontakt zu uns. Wer hätte mir geglaubt? Ich war beim Prinzen angeklagt, mit dem Sabbat zusammenzuarbeiten. Mit wem hätte ich bitte schön reden können? Mit wem hätte ich sprechen sollen? Wer hätte mir zugehört? Nun werdet bitte nicht so emotional. Du machst mir bitte einen Wurf auf Gewissen. Ich hab kein Gewissen, danke. Du hast Gewissen, mein Freund. Gewissen? Kann man das essen? Du stehst bei mir nicht unter den Flaws. Oh Gott, drei Würfel, ja? Gegen welchen? Deine aktuelle Menschlichkeit. Das ist die Schwierigkeit. Ja, warum muss die so gut sein? Hat Markus recht? Ich bin nicht ein Punkt mehr in Gewissen als Karin. Die Tochter. Ja. Karin wird übrigens an dieser Stelle in ihrem Kopf eine Stimme hören, denn Schlürfe hat sich tatsächlich inzwischen die Fähigkeit angeeignet, telepathische Kommunikation mit anderen zu betreiben. Herzlichen Glückwunsch erst mal, wir machen gleich weiter mit Schlürfe. Du behältst deine Menschlichkeit, aber du merkst, dass während dieser Befragung irgendwas sich in deinem schwarzen steinernen Herzen rührt. Und du kannst nicht mehr ganz so eisern dieses Verhör führen, wie du es bis jetzt getan hast. Du merkst irgendwas in dir. Der kleine Markus, der vielleicht auch mal ein Lehrling gewesen ist und vielleicht so ein Mühe nachfühlen kann, wie sich diese betrogene Dame fühlt, sei es nun wahr oder nicht wahr. Aber du hast Mitleid mit ihr. Ja, aber ich muss meine Meisterin verteidigen nach dieser Zwiespalt. Okay, mehr Mitgefühl. Wie mache ich das? Ja, dann hüpfen wir kurze Schlürfe, dann kann Markus mal überlegen, was Mitgefühl ist. Ja, und zwar würde Karin während Markus das so vorredet in ihrem Kopf hören. Die Regentin hat sie zum Prinzen geschickt und gleich darauf die Anklage vollzogen. Sie hatte quasi überhaupt keine Chance. Ja, Karin würde dann tatsächlich so kurz zusammenzucken, als sie diese Stimme in ihrem Kopf hört. Siehst du, wie Schlürfe dich anstarrt. Und sich scheinbar konzentriert. Karin blinzelt dann kurz und nickt ihm zu. Wenn ich kurz auch etwas sagen dürfte. Und dann erhebt sich Karin. Meister Kapeser ist tatsächlich derjenige, der dir mit einem Wink bedeutet, dass du aufstehen darfst. Frau Holzmann hatte eigentlich überhaupt gar keine Gelegenheit, irgendetwas zu tun. Soweit wir wissen, wurde sie zum Prinzen geschickt und noch als sie dort war, wurde die Anklage sofort erhoben und auch sofort gegen sie vorgegangen. Sie hatte eigentlich gar keine Zeit zu reagieren. Besonders, nun, wir wissen um die, um das Temperament des Sheriffs, der sehr schlecht mit sich reden ließ. Und ich gehe davon aus, dass es definitiv eine, nicht Kurzschlussreaktion war, sondern eher eine Flucht- oder Kampfreaktion. Und Flucht war da die bessere Möglichkeit. Etwas ganz Natürliches, wie ich finde. Selbst für uns. Da habt ihr recht. Ihr merkt irgendwie die innere Zerrissenheit von Markus, der irgendwie doch Mitleid mit dieser Person da hat. Also es ist jetzt nicht so, dass du komplett von deinen Plänen abgebracht bist, aber dieser eine Erfolg bohrt sich so ein bisschen so in dein Herzchen. Ja, ich weiß, weniger Menschlichkeit das nächste Mal. Okay, also, Antje, du bist dann jahrelang in Salzburg geblieben und ist dir nie in den Sinn gekommen, irgendwo anders hinzugehen? Ich meine, auch wenn deine magischen Fähigkeiten, ich sag mal, sehr eingeschränkt waren, bist du immer noch eine Kainitin. Du hättest nach Deutschland gehen können, nach Italien, irgendwo hin und als Kite leben können. Markus. Sie ist hier ihr Leben lang gewesen. Warum sollte sie woanders hin? Und sie hat den gleichen Zustand wie ich. Zumindest habe ich es so von Meister Kapesa verstanden. Den gleichen Zustand? Ja, Antje, Antje und ich, uns sind die anderen Geschenke unseres Blutes verwehrt. Die Tarmaturgie ist das Einzige, was uns bleibt. Also, Markus, ich frage dich, wenn das Einzige, was dir als Geschenk deines kainitischen Daseins da geblieben ist, würdest du dann woanders hin, in eine Stadt, die du nicht kennst, in eine Welt, die du nicht kennst, oder würdest du dort bleiben, was du kennst, wo du vertraut bist und versuchen, diesen Zustand umzukehren? Da hast du natürlich recht. Entschuldigung, ich wusste nichts von deinen Einschränkungen, Karin. Entschuldigung, dass ich es angesprochen habe. Aber, Antje, wieder zu dir. Ich verstehe jetzt. Natürlich, du hattest keine Wahl irgendwo hin, aber... Wie lief das? Hattest du Erfolg beim Heilen deiner Fähigkeiten, also Fähigkeiten, deiner Einschränkungen? Ich konnte meinen Körper heilen, ja, mit der Zeit. Aber, und sie hebt jetzt die Hand und ihr erinnert euch da dran, sie hat versucht, mit einem Messer was einzuritzen auf diese Holzkiste in diesem Haus, ihr erinnert euch. Und daraufhin hatte sich ihre Hand angefangen, also die ist wie verbrannt, diese ganze Hand, und sie hebt die Hand. Aber an dem hier hat sich nichts verändert. Es ist genauso stark wie damals. Und glaubt mir, ich habe es jede Nacht versucht. Ob es irgendwie schwächer wird. Entschuldigung. Dann eine einfache Frage. Wie habt ihr es geschafft, ein ganzes Elysium zu vergiften? Ich meine, außer uns. Ihr hattet deutlich Eindruck hinterlassen. Gerade, nun, es kam zu körperlichen Reaktionen und im Falle einer Toreador auch zu ziemlich merkwürdigen, geistigen Reaktionen, als ihr euer Blut getrunken hatte. Als sie das Blut getrunken hatte, so rum. Wie habt ihr das bewerkstelligt? Sie lässt den Kopf wieder senken und antwortet nicht. Ich würde gerne mal in dem Moment Telepathie auf sie anwenden und versuchen, in ihren Kopf reinzukommen. Okay. Dann nur für die Zuschauer, wie das funktioniert, was du würfelst. Das ist tatsächlich ein Wurf auf Manipulation und Ausflüchte gegen die Schwierigkeit ihrer Willenskraft. Yes. Moment, wo habe ich sie? Hier ist sie. Willenskraft ist 8 bei ihr. Ein Success. Mhm. Soll genügend, um einen Informationsbrocken aus ihrem Kopf zu kriegen. Mhm. Was du siehst, ist für einen kurzen Moment, wie ihr Meister Capesa eine Flasche reicht. Das ist alles, was du siehst. Hm. Okay, Antje. Anscheinend willst du diese Frage nicht beantworten. Ich will dich auch nicht sehr belasten. Ich gucke zu den beiden Gargülen. Ist auch eine sehr belastende Situation für dich gerade. Ja. Weil die hier, die gucken dich ausdruckslos an. Ja, du, das ist, ne, das gab ich wieder. Aber eine einfache Frage. Ähm, als du diese Substanz da reingetan hast, wusstest du, was passieren würde? Sie nickt. Hm. Und, ähm, wo sind die Toreador und Nosferatu, an denen du es vorher ausprobiert hattest? Wo hältst du die gefangen? Ich habe es an niemandem ausprobiert. Interessant. Eine Substanz, die große Schmerzen verursacht. Wer sagt das, den ich hätte tödlich enden können? Soweit wir wissen, hat sie keine Schmerzen verursacht, sondern wirklich geschwächt, Markus. Geschwächt sein, starke Schmerzen. Ja, was mich vielmehr interessiert ist, warum? Noch eine gute Frage. Warum? Jeder Vorfall, wo Blut verwendet wird, um anderen zu schaden, lotst früher oder später Haus und Clan auf dem Plan. Entweder als Verdächtige, weil wir, sie gut darin sind, mit Blut umzugehen und Blut zu verändern. Oder sie werden um Rat gebeten, wenn andere, wenn andere, andere Sachen im Raum stehen. Beispielsweise ein Angriff der Assamiten. In jedem Fall wird Haus und Clan mit diesem Vorfall in Verbindung gebracht. Und das war der Sinn dahinter. Es sollte aufmerksam darauf gemacht werden, was mit mir passiert ist. Und angenommen, es hätte nicht geklappt und wir drei Plus-Schlürfer, den will ich ja nicht vergessen, hätten nicht Nachforschung angestellt. Was wäre euer nächster Schritt gewesen? Es hätte weitere Vorfälle gegeben. Wieder geht ein Raunen bei den Meistern übrigens durch die. Also durch die Menge da. Und wo hätte es geendet? Hättet ihr einen anderen Kainiten umgebracht? Hättet ihr vielleicht sogar den Prinzen umgebracht? Ich meine, er hat euch ein großes Unrecht getan. Sein Opfer, um auf euren Fall aufmerksam zu machen, wäre das so hoch gewesen? Ich halte die Traditionen sehr hoch. Ich hätte nie einen anderen Kainiten getötet. Hättet ihr nicht? Und dann die ganz einfache Frage. Als ihr versucht habt, uns auf eure Seite zu ziehen. Wie dachtet ihr, endet es hier? Es gibt ein Tribunal? Und anstatt euch zu verurteilen, wird unsere Gegendin zum Tode verurteilt? Hat das euer Ansinn? Ich möchte nur Gerechtigkeit und meinen Platz in diesem Gildehaus wieder einnehmen. Um was zu tun? Versteht mich nicht falsch. Euer Ruf vor dem Unfall war tadellos. Das hat Meister Capeser und alle anderen Meister, die wir nach euch gefragt haben, bestätigt. Aber welchen Nutzen hättet ihr in eurem Zustand jetzt für Haus und Klan? Sie hätte die Ressourcen, um gegen diesen Patzer vorzugehen, Markus. Interessant. Sie hat mehrere Jahrzehnte lang versucht, diesen Patzer auszubüten. Sie hatte laut eigener Aussage Hilfe des größten und mächtigsten Meisters unseres Gildenhauses. Des größten und mächtigen Magiers vielleicht von ganz Österreich. Wenn wir mal von Wien absehen, wo unser allerwerte Erschaffer liegt. Meister Capeser hat ihr geholfen, laut ihrer Aussage. Und trotzdem haben sie es in jahrzehntelangen Jahren nicht hinbekommen, ihren Zustand zu heilen. Hätte wirklich mehr genutzt, wenn andere geholfen hätten? Wenn der größte Meister dieses Gildenhauses noch Hilfe gehabt hätte? Wenn noch mehr mitgeholfen hätten? Wenn sie Zugang zur Bibliothek gehabt hätte? Wenn sie auch Hilfe von anderen Gildenhäusern in Anspruch hätte nehmen können? Ich glaube schon, dass es einen großen Unterschied gemacht hätte. Und unabhängig davon, ob sie aktiv hätte Magie anwenden können, wäre sie vielleicht zumindest mal noch in verwaltungstechnischer Hinsicht vielleicht eine Hilfe. Das könnte natürlich sein. Aber zunächst, wir hätten all unsere Arbeit aufgeben müssen für ein Mitglied von Haus und Clan. Ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir sind meine Forschungen sehr wichtig. Ich weiß, andere sind sie nicht als so wichtig. Aber jeder hätte alles liegen lassen können sollen für ein Mitglied. Das ist nicht gesagt. Natürlich kannst du weiter deinen Bäumchen beim Wachsen zuschauen oder was auch immer du da tust. Ich für meinen Teil hätte ihr geholfen. Verständlich. Und ich bin mir sicher, es gäbe andere, die auch gerne geholfen hätten. Verständlich. Wir sind Haus und Clan. Wir stehen zusammen. Wir helfen einer. Aber was ist, wenn es nichts geholfen hätte? Was ist, wenn ihr Zustand irreparabel ist? Was ist, wenn es geholfen hätte? Ja. Dann hätte sie wieder als Meisterin sein können. Aber wenn nicht, welchen Nutzen hätte sie dann gehabt? Im schlimmsten Fall, im besten Fall wäre sie für Verwaltungstätigkeiten da gewesen, wie Gerd gesagt hat. Und sie wäre trotzdem immer noch ein Mitglied von Haus und Clan. Mit dem Wissen der Geheimnisse. Willst du sie vernichten, nur weil sie keine Traumaturgie mehr nutzen kann? Oh. Ist sie dann weniger wert? Sie ist immer noch, sie hat das theoretische Wissen. Sie ist immer noch nützlich. Und ich glaube, in diesen Jahrzehnten, die sie versucht hat, ihren Zustand umzukehren, hat sie durchaus bewiesen, dass sie auch das Durchhaltevermögen dazu hat. Markus, nichts gegen dich, aber ich glaube, du hättest recht früh aufgegeben. Ich würde tatsächlich mal der Regentin etwas zuflüstern wollen. Okay. Und zwar würde ich tatsächlich zu ihr sagen, Meister Kapesa hat ihr geholfen mit dem Gift. Oh, das dürfte jetzt interessant werden. Auf welcher Seite steht Schlüffer eigentlich? Der will die Welt brennen. Er ist das dritte Zier. Legitimer Punkt, als Gargoyle sollen sich die Tremere doch zerreißen. So, wo haben wir denn unsere liebste Willi? Willi Wendt, genau. Willi Wendt heißt die jetzt. So, Lili. Ich habe die ganze Zeit überlegt, an wen rede ich das jetzt? An wen gebe ich diese Info? Aber das ist der sinnvollste Punkt gerade. Lili wartet auch mit acht Willenskraft auf. Also ich muss tatsächlich nicht würfeln, wenn ich jemandem in den Kopf reden will. Okay. Das ist halt einfach nur, die merken, dass eine fremdeinwirkende Stimme in ihrem Kopf ist. Ach so, ja, okay, klar. Eben wolltest du ja einen Eindruck. Ja, genau, ich will gar nicht ihre Gedanken lesen. Ich gebe ihr nur eine Information quasi. Vielleicht merkt sie. Von wem vielleicht nicht. Also für die anderen, falls Lili gerade beobachtet wird, sie steht ja immer noch so da mit verschränkten Armen. Lächelt schon, während Markus so quasi dieses Reden führt. Also auch so ein bisschen mit stolzgeschwärter Brust steht sie da, so ungefähr. Das ist mein Kind. Wo sie dann aber kurz so zusammenzuckt, die Stirn runzelt und dann so ein richtig diabolisches Lächeln bekommt. Sich aber einmal auch so im Raum umschaut und versucht wohl mit jedem der anwesenden Tremär Blickkontakt herzustellen. Bis sie ganz zum Schluss, weil sie da wohl nicht die richtige Resonanz kriegt, sich zu dir umdreht. Und schaust du sie in dem Moment an, wenn sie sich zu dir umdreht? Ist die Frage, also ich gucke sie nicht direkt an, aber ich gucke auf jeden Fall in die Mitte des Raumes. Und weigerlich, wenn sie mich anguckt, gucke ich sie auch wieder an. Gibt es irgendwas in Schlürfers Mimik, was verraten würde, dass es von dir kam? Hm... ...soll sie würfeln. Mhm. Okay. Ich hab nur Manipulation dagegen. Nö, die kriegt das nicht raus. Nö. Roll20 ist heute... Ja, Roll20 ist heute... Wir sollten Kämpfe vermeiden, so wie es aussieht. Es könnte sich ziehen. Nee. Alles klar. Ja, also irgendwer hier im Raum hat dir das wohl gerade gesagt. Mhm. Ja. Aber ein Interesse... Was ich aber fragen möchte, ganz kurz, ist es Schlürfers Stimme? Es ist eine Stimme. Es ist eine Stimme. Ich glaube, das ist nicht gesagt, dass... Ich glaube nicht, dass es so ist, als wenn jetzt Schlürfers mit dir spricht. Ich glaube eher, dass es wie so eine geisterhafte Einflüsterung ist. Ich glaube, du musst... Ich kann halt sagen, ich flüster oder ich kann halt sagen, ich spreche normal, würde ich sagen. Okay. Oder... Ich kann ja auch nochmal das Regelwerk lösen. Nö, das ist gut. Es hat mich halt nur interessiert, ob das Schlürfers Stimme halt ist, weil... Das ist halt... Die andere Frage ist, ist Dirigentin nicht arrogant genug? Hm, ein Gargoy redet. Dessen Stimme merke ich mir nicht. Aber... Sie ist nicht, Markus. Hier steht, die Person hört es, als spreche die Person. Ja, und man müsste tatsächlich einen Wurf auf Manipulation und Ausflüchte gegen Wahrnehmung Magiegespür des Ziels anstellen, damit der Sprecher nicht erkannt wird. Na gut, aber bei den Einsen, die sie da geschmissen hat, also... Sie kriegt das nicht los. Ich habe es nicht geguckt. Aber okay. Das ist so wie bei uns gewesen oder so. Ja. Äh, wie gesagt, dieses Lächeln wird ein bisschen breiter, als ihr dann einen Schritt nach vorne macht und die Hand so hebt, quasi als Info für Markus, dass jetzt mal hier kurz Sendepause... Äh, ich würde sofort aufhören zu reden. Aber ein interessanter Punkt, den Markus eben angesprochen hat, ohne jegliche magische Fähigkeiten, wie warst Du in der Lage, dieses Blut zu verändern, magisch zu verändern? Du hättest nicht in der Lage dazu sein müssen. Und diese Gehässigkeit wird regelrecht... Spürt man in ihrer... Also hört man aus ihrer Stimme raus. Wieder senkt Antje den Kopf und sie wird sehr unruhig. Nun, wenn Du es nicht gewesen bist, musst Du Hilfe gehabt haben. Und es wurde schon mehrfach genannt, dass Du Hilfe hattest. Und jetzt schaut sie zum Meister Kapesa mit so einem triumphierenden Lächeln. Kapesa, hast Du deinem kleinen Schützling geholfen? Hast Du ihr das Blut zugespielt, womit sie andere Kainiten dieser Stadt angreifen kann? Meister Kapesa bleibt ganz ruhig stehen. Reckt so ein bisschen das Kinn nach oben. Richtet sich auch so ein bisschen zu seiner vollen Größe. Ja. Habe ich. Jetzt ist hinter Meister Kapesa so ein richtig so ein What? So ein, äh, so, ja. Und diese Traube, wie sie sich eben noch hinter ihm so verschanzt hatten, versammelt haben, sieht man jetzt, wie dieses Träubchen so ein bisschen wandert. Die nehmen jetzt Abstand auch zu ihm. Also man kann sich das jetzt so vorstellen, hier vorne hat man, ähm, die gute Antje mit der Regentin und den zwei Gargoyles. Dann hat man ja hier diese Bank, nenne ich es mal, wo die anderen dahinter gesessen haben. Meister Kapesa hier. Äh, unsere, äh, Tremere, also, ähm, Markus, Gerd und Karin daneben. Und jetzt in der Mitte diese Haufen von Meistern, die sich aber auch so ein bisschen jetzt von dieser Bank zurückziehen. Irgendwie wollen die sich so, man möchte meinen, aus der Affäre ziehen. So, dass jetzt wirklich, äh, keine Mehrheit irgendwo vorhanden ist. Jetzt heißt es Kapesa gegen Lili Wendt und ihr seid da mittendrin. Sehr schön. Äh, dann würde ich mich, ich denke mal, wenn, äh, sie fertig geredet hat, würde sich meine Meisterin widersetzen. Äh, zum Meister Kapesa umdrehen. Ja. Ein interessanter Punkt, Meister Kapesa. Sie hat bisher nur behauptet, ich wollte es nicht glauben, weil es stand ja eigentlich noch im Raum, dass sie mit den Sabbat, 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 faktiert. Hattet ihr Beweise, dass sie das nicht tut? Außer ihr Wort. Mein Junge. Und er macht jetzt wirklich ein paar Schritte auf dich zu, nicht drohend. Das ist jetzt eher der Lehrer, der jetzt höchst selbst auf einen Schüler zugeht, um sich vor ihm zu platzieren. Um ihn jetzt wirklich idiotensicher, äh, etwas zu erklären, was er bis dato nicht verstanden hat. Mhm. Als mich Antje kontaktierte nach dem Angriff, dem sie entkommen ist, vor dem Prinzen und vom Sheriff. Wie auch ihr, habe ich ihr diese Kügelchen mitgegeben. Dank, oh, dankeschön. Dankeschön für den Follow. Äh, 390. Yay. Wie auch ihr in einer Notsituation mich kontaktiert habt, so hat auch sie mich kontaktiert. Und er baut sich jetzt noch weiter, er ist ein Stückchen größer als Markus, baut sich wirklich so vor ihm auf. Über die Jahrhunderte lernt man einfach, Kainiten sowie auch Seedskinder einzuschätzen. Und als mich Antje kontaktierte, hatte ich ein Häufchen Elend vor mir. Verletzt, absolut hilflos. Und als sie mir erzählte, was ihr passierte, natürlich habe ich Nachforschungen angestellt. Ich habe, wie wir alle es vermutlich getan hätten, Fragen gestellt. Und als sie mir berichtete, was passiert ist, und ich durchaus Hinweise gefunden habe, vermutlich die gleichen Hinweise, die auch ihr, und er schaut dann zu Karin und zu Gerd und auch kurz zu Schlürfer, war ich mir sicher, dass sie die Wahrheit sagt. Nun ist es schwierig. Offiziell ist sie eine Abtrünnige. Wie rehabilitiert man einen Ruf von Haus und Klan? Tatsächlich eine Angelegenheit, die in keinem Lehrbuch angesprochen wird. Solche Fälle gibt es offiziell nicht bei uns. Haus und Klan steht zusammen. Es gibt Schwarz und Weiß. Es gibt den Verräter. Der wird gejagt und zur Strecke gebracht. Und es gibt die loyalen Anhänger von Haus und Klan, die gefördert werden. Die innerhalb von Haus und Klan beschützt werden. Nun also, wie geht man in so einem Fall vor? Und ich habe das getan, was ich für das Richtige hielt. Zuerst war es wichtig, abzuwarten. Gras über die Sache wachsen zu lassen. Und er lacht ein bisschen, weil es ist ein kleiner Pann von seiner Seite. Draskin, das mag es sicher aus. Jedoch war das natürlich kein Dauerzustand. In ihrem Zustand ist sie eine leichte Beute. Für Seetskinder, sowie auch Kainiten. Also habe ich mir jahrelang, jahrzehntelang den Kopf zermartert, wie man eine Situation schaffen kann, damit sie wieder in Haus und Klan eingegliedert werden kann. Vor allem, wenn es darum geht, die Regentin Im gleichen Atemzug, wie Antje von ihrer Schuld befreit wird, doch die Regentin belastet wird. Wie geht man mit so einem Fall um? Zum Schluss habe ich die Erkenntnis gewonnen, es gibt keinen richtigen Weg. Es geht nur, indem man Aufmerksamkeit generiert. Andere mussten nachfragen. Andere mussten nachforschen. Und zum Schluss hat wenigstens etwas in dieser ganzen Situation funktioniert. Wir sitzen heute hier und sprechen darüber. Nun, das habt ihr geschafft. Aber wenn wir beim Thema sind, dürfte ich euch eine persönliche Frage stellen. natürlich. Wir sind drei Lehrlinge hier. Karin, Gerd, ich. Ihr hattet schon lange kein Kind mehr gewählt. Wenn ihr die Wahl hättet, nur die Wahl zwischen uns drei, wen würdet ihr als Kind wählen? Niemanden. Natürlich, ihr seid sehr anspruchsvoll, aber nur angenommen, einer von uns drei müsste gewandelt werden. Bitte spielt mit mir mit. Wen von uns würdet ihr nehmen? vermutlich Gerd. Warum? Weil er derjenige ist, der am wenigsten Probleme bereitet. Hm. Wenigsten Probleme. Hm, das ist interessant. Ich war die Wahl der Regentin. Warum hat sie mich gewählt? Das frage ich mich auch. Warum wurde Karin gewählt? Weil wir neugierig waren. Forschen. So, warum bevorzugt ihr keinen von uns? Ihr habt offen gesagt, keiner von uns, obwohl andere Meister uns gewählt haben. Ich sag euch warum. Ihr seid perfekt. Und damit meine ich nicht, ihr seid unfehlbar und so. Ihr seid perfekt in eurem Dasein. Ihr wollt immer Perfektion. Ihr wollt Fleiß. Ich meine, denken wir an gestern Nacht. Ich hatte eine Gespräche mit euch, wo rauskam. Hey, Markus könnte mehr tun. Lass ich ihn mal in mein Labor schrubben, um den Lehrling zu belehren. Denn das seid ihr. Ein Lehrer. Für uns alle. Ihr habt, ich drehe mich so in die Publikum, unzählige ausgebildet. Keiner hier würde an euch zweifeln, ein guter Lehrer zu sein. Jeder fürchtet eure Macht. Ihr seid mit Abstand der Mächtigste von uns hier. Warum seid ihr nicht der Regent? Weil ihr es nie wolltet. Euch liegt nichts an diesen politischen. Euch liegt nur was an Wissen. An Wissen weiterzugeben. Wissen zu fördern. Sehe ich das richtig, Meister Capetzer? Er nickt langsam. So. Und jetzt bitte ich euch zu überlegen. Als Antje zu euch kam, habt ihr ihr geglaubt? Ihr habt ihr mehr geglaubt als der Regentin. Es gab diesen Unfall während des Rituals. Natürlich. Aber wer sagt es, dass es wirklich der Schuld meiner Erschafferin war und nicht ihre? Aber in dem Moment habt ihr nicht gesehen, hey, ich sollte die nach bedenken. Nein, ihr habt eine fleißige Schülerin gesehen. Eine Schülerin, die, wenn sie nicht diesen grauenvollen Unfall gehabt hätte, euch vielleicht irgendwann sogar Konkurrenz gemacht hätte. Gut, vielleicht in den letzten 200, 300 Jahren. Keine Frage. Aber doch war sie auf einem guten Weg. Sie hatte ein Ritual vorbereitet, das Haus und Klang gestärkt hätte. Natürlich habt ihr ihre Seite ergriffen, weil das ist, was euch liegt. Euch liegt nicht an diesen intrigierenden politischen Gerangel, wie sie meine Meisterin macht. Euch liegt nichts daran, euch mit anderen Kainiten zu beschäftigen, um die Politik der Kammer hinzuzuführen. Euch liegt was am Wissen. Und es war ein grauenvoller Unfall, ja. An diesem Tag hat Haus und Klang eine seiner besten Meisterinnen verloren. Aber ihr habt die Seite ergriffen, die Wissen fördert und nicht Politik. Und deswegen seid ihr auch im Clinch mit meiner Regentin. Deswegen habt ihr lange keinen neuen Schüler mehr gewählt, weil ihr nur Perfektion wollt. Und in eurer Sicht ist Antje perfekter als meine Meisterin. Weil es einfach in eurer Natur ist. Was ist, wenn sie wirklich mit dem Sabbat vertiert hätte? Was ist, wenn sie euch getäuscht hätte? Euer Ruf, der Ruf des unseres ganzen Gildes Haus hängt an euch, Meister Kapeser. Wisst ihr eigentlich, wie wichtig ihr für uns seid? Und trotzdem integriert ihr hinter unserem Rücken, anstatt es öffentlich zu machen. Ihr bringt, ich deute halt auf Karin Gerd und auch zu guter Letzt Kurzschläfer, uns in Gefahr. Lehrlinge des Haus und Clans, die nichts damit zu tun haben, weil wir zu diesem Zeitpunkt nicht geboren oder zumindest noch nicht gewandelt sind. Meister Kapeser, ich schätze euch sehr, ich schätze eure Macht, ich fürchte eure Macht. Keine Frage, aber in diesem Moment habt ihr nicht mit eurem Kopf gedacht, sondern mit eurem Herzen. Ihr habt nur eine gesehen, die einen grauenvollen Unfall hatte und die sich selbst einredet, es muss Lilly gewesen sein, es muss eine Verschwörung sein, es war nicht ihr eigener Fehler, das wollte sie sich gar nicht eingestehen, sie hat den Fehler woanders gesucht und bei der einzigen anderen Person, die beim Ritual zugange waren. Ich meine, selbst wenn das Ritual Erfolg hätte, hätten dann alle gesagt, hey, Antje, jetzt bist du die neue Regentin, ja, lass die einfach abwählen. So funktioniert auch unsere Gesellschaft nicht. Jeder hätte sie gefeiert. Wir teilen unser Wissen, wir sind haus und klar. Was euer Wissen ist, ist auch meins, genauso wie ich jederzeit meine Forschung mit euch teilen würde. Aber in diesem Moment, es kam einfach zu einem grauenvollen Unfall, der haus und klaren geschadet hat, indem er seine besten Meisterin genommen hat. Keine Frage. Aber die Schuld, jetzt bei unserer Regentin zu suchen, nur weil sie die einzige war, die zum Zeitpunkt da ist. Ich meine, es sind Jahrzehnte vergangen und ich bin mir sicher, wenn ihr einen Beweis dafür hättet, dass meine Meisterin dieses Ritual sabotiert hätte, hättet ihr, Meister Karpese, als mächtigster Magier dieses ganzen Landes, möchte ich schon fast sagen, außer ein, zwei Ausnahmen in Wien, hättet ihr ihn doch längst gefunden. Deswegen frage ich euch, glaubt ihr wirklich, Lilly hätte mit Absicht ein Ritual sabotiert, das Haus und Clan gefördert hätte, hätte ein Ritual sabotiert, wo sie anwesend war, vielleicht hätte, ich meine, der Zustand hätte genauso gut sie treffen können, sie war genauso Ritualteilnehmerin wie Antje, dass sie sich selber in Gefahr bringt, nur um eine mögliche Konkurrentin aufzuschalten, glaubt ihr wirklich, das ist der Weg, den unsere Regentin gewählt hätte? Er kommt langsam auf dich zu, legt dir eine Hand auf die Schulter, schaut dir tief in die Augen, ja, genau das glaube ich. Nun, wer glaubt es noch? Ich drehe mich in die Runde. Markus, Markus, deine Ansprache war interessant. Sie war spannend, insbesondere, da du gleichermaßen Stärken und Schwächen unserer Gesellschaft aufzeigst. Eine unserer Stärken ist, dass wir sehr viel Wert darauf legen, die Fähigen nach oben zu bringen. und unabhängig davon, ob jemand in dem eigenen Gilderhaus zum Regenten aufsteigen kann oder eben nicht, er hat früher oder später die Gelegenheit dazu. Aber gerade die Stärke, die du unserer Regentin zusprichst und die müssen wir ihr alle mit Hochachtung zugestehen, ist die politische Fähigkeit, das ist die Kunst des Ränkespiels. Sicherlich nicht ohne ein großes Maß magischer Befähigung. Aber gerade das ist etwas, was hier zu einem großen Knackpunkt wird. Ich möchte eine kleine Frage stellen. Frau Wendt, Wert Regentin, wurden die Rechnungen des Schutzkreises und Schalen beschädigt bei dem Ritual? Sie nickt. Ja, wurden sie. Wir können nur schwerlich beurteilen, wie das Ganze zustande gekommen ist. Wir haben hier Aussagen, die gegeneinander stehen und es spielt gar keine Rolle, ob wir es glauben. Ich will ehrlich sein. Ich glaube den Ausführungen, dass der Kreis zerstört wurde. Ich glaube den Ausführungen dessen, was ich selber erblicken konnte, dass die Informationen an den Prinzen und diese Schreiben, dass die gefälscht waren. Das glaube ich unbesehen. Nicht unbesehen, sondern besehen. Aber welche Rolle spielt das? Spielt es eine Rolle, dass ein Mitglied unseres Hauses einer marischen Kräfte beraubt wurde? Dem Kodex nach? Auf jeden Fall. Da stellt dies einen schwerwiegenden Bestand dar. Sollte irgendwie nachgewiesen werden, dass ihr an so etwas mit Absicht beteiligt war, dann wärt ihr ein Problem. Spielt das eine Rolle, ob ich das glaube? Nein. Das müssen andere entscheiden. Spielt es eine Rolle, dass dieses Tribunal kaum ein Tribunal sein sollte, sondern eigentlich nur eine Hinrichtung? Wenn es mich betrifft, nicht. Wenn es andere betrifft, vielleicht. So ist es doch ein Recht unseres Clans, sich vor einem Tribunal zu verantworten, bevor man seiner Hinrichtung entgegensieht. und gegebenenfalls auch eine höhere Stelle einzuberufen, wenn diese bereit ist, hinzuhören. Was mit einer schnellen Hinrichtung natürlich geflissentlich erschwert wird. Durch die Tatsache, dass Meister Kapeser in die Sache hineingezogen wurde, haben wir jetzt einen anderen Sachverhalt. Wenn Meister Kapeser diese Dinge getan hat und man ihn daraus sehen, einen Vorwurf machen könnte, dass er den Clan angegriffen hat, dann wäre das schwerwiegend. Spätestens ab diesem Zeitpunkt kämen wir nicht drum herum, eine höhere Stelle einzuberufen. Das ist zumindest meine bescheidene Meinung. Ich gehe davon aus, dass die Meister sich selber da schon ihre Gedanken gemacht haben werden. Du bekommst, also jetzt nicht falsch verstehen wir es ja nicht im Fußballstadion, wo die Meister jetzt anfangen mit Grön oder so, aber du gehörst ein zustimmendes Raunen aus der Ecke der Meister. So oder so ist das eine Sache, die im Clan geregelt werden kann und so oder so glaube ich können wir sicher sein, dass Fräulein Holz, Moment, Holzmann nie wieder in dieser Domäne ein Gesicht nach außen sein kann für den Clan. Das zumindest ist eine Sache, die dürfte in jedem Fall klar sein. Welchen Stand sie nach alledem im Clan haben sollte, das müssen andere entscheiden, das muss der Clan entscheiden. Frau Wendt, wie wollt ihr hier weiter vorgehen? Wollt ihr an eurem Kurs festhalten und möglichst schnell ein Urteil herbeibringen oder doch das eine oder andere nochmal überdenken? Da sich mittlerweile auch die Meister, die eben ja so von dem Tisch zurückgewichen sind, versammeln sich jetzt langsam im Rücken von Gerd. Eine lebende Einflussanzeige. Und jetzt hat man es halt, dieses Bild, die Regentin, Antje und Meister Kapesa, die alle so ein bisschen auf verlorenen Posten da stehen und es ist jetzt deine Erschafferin, Gerd, die sich zu Wort meldet. Die sagt, sie kommt auch zu dir, legt dir von hinten so die Hand auf die Schulter. Ich denke, Gerd hat die Situation gut zusammengefasst. Ich denke, an dieser Stelle obliegt es nicht mehr uns, ein Urteil zu füllen. Wir werden sofort ein Schreiben nach Wien aufsetzen und man soll uns jemanden schicken, der diesen ganzen Fall untersucht und zu einem Abschluss bringt und zu einem objektiven Urteil kommt. Bis dorthin. Und jetzt schaut sie so von Meister Kapesa und auch zur Regentin und auch zu Antje einmal so rundum. Bis dorthin werden wir sie alle drei in Gewahrsam nehmen, um zu verhindern, dass weitere Manipulationen stattfinden. Und sie schaut die Gargülen an. Die sind jetzt ein bisschen verwirrt, weil jetzt jemand anderes den Ton angibt. Begleite doch die Damen und den Herren zu den Verließen. Die Regentin versucht jetzt schon so aufzubegehren. Aber in dem Moment greift Meister Kapesa wieder ein. Ich denke, dass an dieser Stelle ein guter Weg eingeschlagen wurde und ich denke auch, wir sollten uns einem Richter von außerhalb stellen und nicht länger versuchen, hier wie die kleinen Kinder uns mit Sandförmchen zu bewerfen. Karin nicht zustimmt. Das war schließlich das, was sie vorgeschlagen hat. Schläfer wirft ein Lächeln Richtung Malia. Die sieht noch so ein bisschen verwirrt aus, wenn sie aber gewahr wird, dass du sie anschaust, lächelt sie zurück. Ja, und die Gargülen führen jetzt alle drei aus dem Tribunalraum nach draußen. Gut gemacht, Gerd. Genau das, was wir wollten. Ja, gute Arbeit, Gerd. Jetzt kann Gerechtigkeit geschehen für alle Beschuldigten. Die Meister, nur für euch zur Info, verlassen auch langsam den Raum. Viele von denen sind verwirrt. Man merkt das auch, so etwas gab es noch nicht, einen solchen Twist, zumindest nicht innerhalb dieses Gildehauses und auch, dass man sich tatsächlich entscheiden musste, beziehungsweise, dass man überhaupt die Regentschaft anzweifelt, ist etwas, was sehr, was eigentlich auch so noch nicht da gewesen ist, zumindest innerhalb dieses Gildehauses und eure Erschaffer bleiben noch bei euch. Dadurch, dass das Ganze jetzt auch höchst offiziell beendet worden ist, würde auch Malia zu Schlürfer bedeuten, dass er näher kommen darf. Und, ja gut, Markus, Erschafferin ist gerade auf dem Weg zum Verlies, das ist jetzt in dem Sinne jetzt ein bisschen ungünstig, aber gerade, Gott, wie hieß die werte Dame nochmal? Jetzt muss ich kurz schreiten. Genau, die Dame von Gerd, die Liselotte, die Frau Schneider, genau. Die Frau Schneider, wie gesagt, hat immer noch ihre Hand bei dir auf der Schulter, drückt sie jetzt auch ein bisschen. Gut gemacht. Und du hast diesen Erschafferstolz, der da gerade auch so ein bisschen mit rausschwingt. Ja, gut gemacht, Gerd. Sehr gut gemacht. Es war durchaus sehr mutig, das so anzubringen. Du hast dir sicher nicht nur Freunde heute gemacht, aber es wird das Richtige sein. Ist die Frage, wie lange wir warten müssen, bis jemand aus Wien kommt. In jedem Fall können Untersuchungspersonal aus Wien feststellen, was hier wirklich passiert ist und da ich eine gewisse Ahnung habe, was wirklich passiert ist, bin ich zuversichtlich, dass Antje's Leben verschont wird. Da wäre ich mir nicht so sicher. Wir haben die Beweise alle gesehen, Markus. Es war der richtige Schritt, so wie ich gesagt habe, jemanden von außerhalb Zonen, der objektiv darüber schaut. Ich hätte es allerdings tatsächlich nicht so gut verpacken können, wie Gerd. Gut, ich habe bisher noch keine Beweise gesehen gegen meine Schafferin, aber gut, ich meine, ich habe ein Eid geschworen, wenn sie Verräterin wird, werde ich der Erste sein, der sie richtet oder sie jagt, aber gut, jagen müssen wir sie nicht mehr. Und sie hätte sich tatsächlich mit einer direkten Hinrichtung in ziemliche Probleme begeben. Genau, ich meine, ein richtiges Urteil wird ihre, also richtige Gerichtsverhandlung wird ihren Standpunkt, wenn sie freigesprochen wird und Antje und Meister Kapisa schuldigt, viel mehr festigen als ein Standgericht, nennen wir es mal so. Deswegen, ich freue mich schon auf die Delegation aus Wien. Ich hoffe einfach nur, dass Gerechtigkeit gewählt wird. Wie gesagt, ich fülle durchaus mit ihr mit. Ich schätze, es ist die beste Chance für Gerechtigkeit, die wir haben. Richtig. Wichtig ist, dass der Clan daraus gestärkt hervorgeht. Natürlich. Der Clan steht überall. Na, ich fürchte einen Angriff auf die Kamerilla. Seitens Meister Kapisa wird nicht ganz ungesünd bleiben. Diese Schicksal hat er selber gewählt. Nun, das ist eine Sache, die nicht nach außen dringen wird und solange man es ihm nicht anlasten kann. Er hat gestanden. Ja, hier. Ja, aber trotzdem. Warst du vor, das dem Prinzen mitzuteilen? Bei weitem nein. Gott, dem Prinzen geht gar nichts an, was wir hier besprechen. Aber trotzdem haben wir auch treu gegenüber der Kamerilla geschworen. Und auch so ein Ereignis kann nicht ungesünd bleiben. Niemand wurde dauerhaft geschädigt. Das wird nicht auf Haus und Clan zurückzuführen sein, denke ich. Naja. Das ist das Wesentliche. Denken wir nur an den Ruf der Guten, der Guten. Ah, ne, diese Gute, diese sehr Gute. Viktoria. Ich meine, was auch immer da in dem Blut drin war. ihr Verhalten während der Party und die Folgen Ich habe meine Zweifel, ob das auf das Blut zurückzuführen war. Sie war vielleicht einfach ein bisschen nervös. Ein bisschen? Da fällt mir ein, wir haben immer noch eine Aufgabe. Eine Aufgabe, sagst du? Ja, nun, ich habe uns doch den Vielleicht sollten wir das nicht vor den Meistern besprechen. Ja, die stehen da auch ganz interessiert daneben. Ich meine, nichts für ungut, aber das geht nur Miss Karin was an. Das sollten wir nach der Verhandlung klären. Ich meine, du hast diese Versprechung gemacht und du bestehst ja immer darauf, dass es dein Verdienst war. Also, Markus lächelt auch so ein bisschen, während er geht. Ja, und Gerd legt tatsächlich jetzt in dem Sinne bei Karin die Hand auf die Schulter. Das ist ein Schultergelistoffel. Keine Sorge, du wirst das nicht alleine durchstehen müssen. Das ist etwas. Aber ja, wir sollten uns vielleicht zurückziehen und ich werde mich schon mal dran machen und schauen, was sich da machen lässt. Einer der Gule, die normalerweise oben in der Apotheke zu Gange sind, kommt jetzt ganz eifrig nach unten. Meisterin Karin, Meister Markus, Meister Gerd, kann ich euch kurz sprechen? Das erste Mal so ein bisschen die Frust schwellt vor Stolz, weil man Meister genannt wurde. Zumindest von Gulen. Sprichknecht auf die Knie, wenn du mit uns redest. Karin blitzelt aber auch etwas. Was gibt es denn? Oben steht ein Bote von einer gewissen Mistil, die unbedingt mit euch sprechen möchte. Ich wollte euch nur Bescheid geben. Ich hoffe, ich komme nicht ungelegen. Mistil? Die von der Party, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, die schwarzherrige von der Party. Ja, ich entsinne mich. Sie war auf jeden Fall auf der Feier mit dabei. Ich weiß von niemanden, Deal hieß, aber ja. Doch, doch. Ich glaube, die von der guten Dame hat. Ah ja, Stil, jetzt habe ich es. Okay. Achso. Ich habe auch Deal verstanden, das fand ich sehr, sehr interessant. Mistil. Ich habe Mistil verstanden. Oh, dann sollten wir natürlich die gute Deal nicht länger warten lassen. Natürlich, natürlich. Ja, und der Ghoul wuselt vorneweg. Zumindest den Boten. Ich glaube, komm, dass sie selbst hergekommen ist. Der Bote steht natürlich oben im Einlass der Apotheke, wo mittlerweile auch wieder die Rollladen nach oben geschoben wurden. und eure Meister folgen euch auch nicht. Die haben jetzt andere Sachen. Die beiräuchern sich gerade so ein bisschen, dass sie dann doch eine Entscheidung getroffen haben, so zusammen im Kollegium, sich für Gerd entschieden haben. Das finden die gerade ganz cool. Und wenn ihr dort oben ankommt, seht ihr einen jungen Mann, sehr dürr, pechschwarzes Haar, wirklich nach hinten gegelt, mit weißem Hemd, Manschettenknöpfen, schwarzer Weste, Anzughose, auch diese glänzenden schwarzen Anzugschuhe darunter. Und wir stocke steif so Arme ganz fest so an dem Körper. und wenn ihr auf ihn zukommt, verneigt er sich sehr tief. Wenn ihr ihn ansprecht, schaut er kurz zu euch hoch und es ist so dieser Blick, darf ich mich erheben? Schlöpfer ist übrigens verdunkelt. Okay, Schlöpfer ist hinten dran. Okay. Dann erhebt er sich. Einen schönen guten Abend, die Dame, die Herren. Ich bin hier im Auftrag meiner Herrin, Miss Diel. Ich weiß nicht, ob ihnen der Name etwas sagt, aber sie hat sie auf der Feier, das Toreador gesehen und wünscht euch zu sprechen. Wann? Wenn es euch genehm ist, noch heute Nacht. Es handelt sich dabei um eine dringende Angelegenheit. So rein aus logischem Sinne, also wenn wir heute einen Brief nach Wien schicken, werden die jetzt nicht heute noch eintreffen. Nein. Okay. So schnell ist Haus und Klandern auch nicht. Die können teleportieren, hallo? Wir müssen erst mal einen Antrag stellen. Das muss dann erst mal in dreifacher Ausführung gemacht werden. Das muss mehrfach gestempelt werden. Und dann brauchen die damit sie dann herreißen dürfen auch noch den Fazierschein 38. Wir sind in Österreich, nicht in Deutschland, nicht vergessen, aber ja. wenn dann dann also wann und wo. Das würde ich euch überlassen. Teilt mir eine Uhrzeit mit und ich werde dies meiner Herren ausrichten. Ich gucke auf die Uhr. worum es geht zu im Groben. Es tut mir leid, aber das ist mir nicht befugt, euch zu sagen. Sie möchte und er schaut sich kurz um das persönlich mit euch besprechen. Dann bleibt die Frage nach dem wo? In der Domäne meiner Herren. Und er greift so in die Weste, wo ihr in der Brusttasche ein kleines Kärtchen zieht das nach draußen und reicht es euch, aber auch wieder diese Verbeugung und streckt den Arm aus. Karin nimmt das mal an. Ein kleines Visitenkärtchen, wo ihr Name draufsteht und jetzt muss ich sie wieder finden, wo ist sie denn? Ashley, genau, Ashley Stiel, wo eine Adresse zu finden ist. Wer sich ein bisschen besser in Salzburg auskennt, weiß, dass sie sich hier um ein herrschaftliches Anwesen handelt, also diese Adresse und ja, liegt halt auch, sag ich mal, nicht in der Innenstadt, aber eher so im Villenbereich von Salzburg. Ich würde den Herrn gerne noch einmal mit Auspex 2 angehen. Selbstverständlich. Wie spät haben wir es? Jetzt um die Uhrzeit. Ihr seid ja in der letzten Folge gleich nach dem Aufstehen quasi habt ihr euch kurz mit dem Sheriff gekabbelt, dann seid ihr bei Antje gewesen. Wird es jetzt so zwischen 2 und 3 Uhr morgens sein? Und ich glaube, wir hatten gesagt, bis 6 und 7 habt ihr locker Zeit, bis die Sonne aufgeht? Ja, dann könnten wir uns theoretisch um 4 Uhr bei ihr treffen, wenn die anderen damit einverstanden sind. Ich denke, wir haben noch ein paar Dinge zu erledigen. Wäre es auch morgen möglich? Wie gesagt, meine Herrin erachtet es als sehr dringend, aber wenn ihr natürlich verhindert sein werte, Herren und auch die Dame, werde ich das meiner Herren natürlich ausrichten. Wenn es so dringend ist, dann du hast eben 4 Uhr gesagt, dann sollte das machbar sein. Dann werde ich meiner Herrin 4 Uhr melden. ist das abgemacht. Er verbeugt sich wieder tief. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und dass sie mich empfangen haben. Ich wünsche noch eine gute Nacht. Und erwartet wieder, dass ihr quasi ihm erlaubt, sich zu erheben und zu gehen. Ihr dürft gehen. Er erhebt sich und geht tatsächlich rückwärts raus aus dieser Tür. Einfach dieses Respekt, dass man den hohen Herrn nicht den Rücken zuwendet. Also ich habe tatsächlich eine Spezialisierung, das wären dann drei Erfolge. Du hast gesehen, dass es sich hierbei um einen Ghul handelt. Und von seiner Aura ist er sehr ruhig. Extrem ruhig. Quasi schon ein bisschen gruselig, dass halt du siehst kaum andere Emotionen als diese Gelassenheit und diese Ruhe, die er ausstrahlt. Er ist sehr fokussiert. Also dann treffen wir uns gleich wieder hier oben. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Ich würde ganz gerne noch ein paar Dinge zu Papier bringen. Ich muss ebenfalls einige Nachforschungen schon machen, aber wie gesagt, wir können uns dann nachher wieder hier oben treffen. Da würde ich mich anschließen. Wollen wir eine allgemeine kurze Pipi-Pause machen? Ja, wäre gar nicht schlecht. Klingt gut. Okay, dann sind wir gleich wieder da. Ich Lynch Vielen Dank. 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 Okay. Danke. Okay. Vielen Dank. Präsens bin und sie quasi sogar zurückreflektiere. Fantastisch. Das ist ziemlich praktisch und das andere, was ich mache, ich werde mal alles nochmal zusammenfassen an Erkenntnissen, die ich über diesen Sachverhalt habe und werde das dann nochmal bei Meisterin Schneider vorbeibringen. Inklusive der kleinen Informationen, wir gehen heute noch aus. Ja, Meisterin Schneider, erwischst du in ihrem Büro, wo sie gerade dabei ist, das Schriftstück zu verfassen, worüber man gesprochen hat. Tür ist auch nur angelehnt, also von daher mit einem Klopfen könntest du da auch eintreten. Sie würde dich ja reinbitten. Meisterin Schneider. Ah, Gerd, komm rein, bitte. Einmal noch in einer kurzen Zusammenfassung meine persönlichen Erkenntnisse zu dem Sachverhalt und ähm, wir haben eine Einladung von Frau, Fräulein Stiel erhalten. Sie überlegt kurz, greift dann auch in eine Schublade, kramt da so ein paar Akten durch, zieht dann einen Ordner raus. Ah, Mistiel, die Primogen des Clan des Tieres hier in der Stadt. Clan des Tieres? Okay. Angesichts des Gurs hätte ich das nicht ganz vermutet, aber äh, okay. Nur damit Sie, äh, Sie Bescheid wissen, ähm, wir haben, wir drei Lehrlinge haben eine Einladung erhalten, deswegen bin ich etwas, äh, irritiert ob der Tatsache. Wir haben sie nur kurz gesehen, ähm, auf der Veranstaltung. Vielleicht hat sie Interesse an an unseren Fähigkeiten, könnte durchaus sein. Ansonsten, wenn du sagst, dass nichts weiter mit ihr vorgefallen ist, dann wünsche ich dir einen angenehmen Abend. Dann wird es wahrscheinlich ein Routinegespräch sein. Vielen Dank. Ja, und Gerd, das war sehr gute Arbeit, was du vorhin geleistet hast. Danke, ich habe getan, was ich konnte. Die Meister sprechen in den höchsten Tönen von dir. Teilweise, ich möchte nicht zu viel von weggreifen, aber viele haben sogar überlegt, dich nicht als Primogen vorzuschlagen. das ehrt mich, aber ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt fehlt mir da auf jeden Fall noch die Erfahrung im Umgang mit jenen außerhalb. Nun, das sind durchaus Erfahrungen, die man ja nachholen kann und ich glaube, deine Einladung wäre doch der erste Schritt dorthin. Sicherheit. Sie lächelt. Auch ihr, hier ist wieder dieser Stolz, dieser Erschafferstolz, der da herausgeht. Dann viel Spaß. Danke. Gerd, jetzt gar nicht nervös. Im Übrigen auch für die Zuschauer und auch für die Spieler den Nachteil Klosterleben dürft ihr euch jetzt geflüssentlich aus eurer Nachteilliste streichen. Oh. Ja. Ihr habt sehr viel mit der Außenwelt interagiert in den letzten Folgen und habt quasi einen Socializer Crashkurs gemacht. Cool. Ich schätze, wir haben trotzdem noch einiges aufzuholen. Ja. Ich meine, es wird noch von Fax geredet im Jahr 2020. Ach ja, das ist eine Technik. Den Technik-Crashkurs, den bekommst du dann vom Karin. Ja. Schläffer würde gerne noch einmal Malia aufsuchen. Mhm. Ja, Malia hat sich in die Bibliothek zurückgezogen. Mhm. Dann würde ich halt auch wieder in die Bibliothek zurückkehren. Mhm. Mhm. Öffnet dann so die Tür, kommt da rein, einfach nur reingeschlürft quasi. Ja. Ups, Wortspiel. Ähm. Er tapselt dann da über den Boden entlang durch die Bibliothek. Malia, seid ihr hier? Äh, Ja, Schlürfer, ich bin hier drüben. Das ist doch ganz gut gelaufen. Hätte ich nicht erwartet. Ich habe der Regentin vielleicht einen kleinen Stups gegeben, etwas Dummes zu tun. Sie runzelt die Stirn. Schlürfer? Was hast du angestellt? Hm. Ein kleiner Hinweis vielleicht, den vielleicht nicht unbedingt sie haben hätte haben dürfen. Sie überlegt? Hm. Das mit dem Gift kam nicht irgendwo her. Ah. Der spontane Geistessplitz der Regentin. Nickt. Sie, du merkst so dieses Hin- und Hergerissene auf der einen Seite, sie müsste jetzt streng mit dir sein, auf der anderen Seite das Hochgefühl, was sie gerade hatte, dadurch, dass sie ihr Kind nicht hat hin, also tot sehen müssen, dadurch, dass es jetzt ein weiteres Tribunal gibt, ist es dann doch dieses mütterliche Schlürfer. Ja, ich weiß, ich habe auch ein Eigentor geschossen. Vielleicht sollte ich eine Weile aus der Bibliothek ausziehen, wenn vornehmenden Herren kommen, aus Wien. Sie wird wieder ernst? Tatsächlich halte ich das für eine gute Idee. Ich glaube nicht, dass wir das verheimlichen können, dass du Zugang zu dieser Bibliothek hast, aber nun ja, wir werden sehen, was sich daraus entwickelt und wie es weitergeht. Zumindest habe ich heute kein Kind verloren und ich gedenke, das so weiterzuführen und du bist mein Kind, egal was andere darüber denken. Tiefes Ein- und Ausatmen Dann ein Lächeln Und sie streichelt dir so wieder über den Kopf. Scheinbar gehen die anderen heute Abend noch aus. Möchtest du dich ihnen anschließen? Könnte durchaus etwas Interessantes geben. Dann nutze die Gelegenheit. Ich meine, du hast durchaus andere Möglichkeiten als deine größeren Brüdern und Schwestern. Sagt dir der Name Ashley Steele etwas? Sie überlegt auch kurz. Ja, sie wurde mal erwähnt. Sie wir haben persönlich nicht viel mit ihr zu tun, aber sie ist die älteste vom Clan des Tieres hier in der Stadt. Hm. Eine Gängel? Sagt die? Sie nickt. Eigenartig ihr auftreten ist überhaupt nicht so. Hm. Sie zuckt mit den Schultern. Scheinbar können manche unserer Art besser verbergen, was sie sind als andere. Das stimmt. Du bist jetzt auch nicht gerade das, was man ein Beispielgargü nennt. Und trotzdem bin ich auffällig. Das schon. etwas, was sich schließlich nicht mehr rückgängig machen lässt. Leider. Nicht, dass ich es zu sehr bereuen würde. Schließlich habe ich keine Ahnung, was vorher war. Du kannst dich immer noch nicht an immer noch nicht an nichts erinnern. Das ist ein schwieriger Satz. Nickt. Ich habe irgendwann mal die anderen Gargülen gefragt, aber die scheinen sich auch an nichts erinnern zu können. Scheint so eine Sache zu sein. Sie blickt so ein bisschen kurz zur Seite. Ich weiß nicht, ob es dir helfen würde, wenn du erfahren würdest, was vorher war. Ich denke, in deinem Fall ist es ein Segen. dass du es nicht weißt. Zumindest nicht vor, es in nächster Zeit heraus zu finden. Und wenn du etwas weißt, sag bitte nichts. Sie nickt wieder. Vielleicht wird irgendwann der Moment kommen, wo du selbst Erinnerungsfragmente wieder erlangst. Sollte das passieren, sprich bitte mit mir. Ich möchte nicht, dass irgendwie etwas zwischen uns steht. Das werde ich tun, wenn es soweit ist. Falls es jemals soweit ist. In jedem Fall hoffe ich, dass wir Antje aus der Sache rausboxen können. Ich hoffe auch. Ich bin sehr gespannt, wer zu uns kommen wird. und ich weiß, wir hatten schon ein, zweimal Besuch von anderen Gildehäusern, das war aber meistens auf spezielle Forschungen gelegt. Tatsächlich ist es etwas unheimlich darüber nachzudenken, dass jemand hierher kommt, um Nachforschungen über uns anzustellen. Aber nun ja, es dient dazu, Antje zu helfen und ich denke, bisher sieht das alles sehr gut aus. Für sie. Macht es einen Unterschied, wer kommt, um die Nachforschung anzustellen? Natürlich. Oder ist es einfach nur eine Sache von Haus und Clan und was glaubt ihr, was sie tun werden mit Meister Kapesa und Dirigentin? Ich denke, ich denke, dass Meister Kapesa höchst selbst nach Wien gebeten wird, nach dem, was er heute zugegeben hat. Ich denke, er darf sich vor dem Rat der sieben höchst selbst verantworten. So ein stummes zustimmendes Nicken. Was Dirigentin betrifft und mein Kind, ich kann mir nicht vorstellen, dass noch ein Todesurteil an diesem Punkt vollstreckt wird. Ich denke eher, dass es zu Disziplinarmaßnahmen kommt, die weitaus schlimmer für uns sein können als der endgültige Tod. Zum Beispiel ein Berufsverbot. Würde bedeuten? Dass auch die Regentin das Verbot erhält, weiterhin Tarmaturgie auszuführen. Schliffers Augen werden so ein bisschen groß dort. Was wird gemacht? In schlimmen Fällen ja. Haus und Clan hat strikte Hierarchien und wer die Regeln bricht, wird bestraft. So wie der Lehrling, so auch der Meister. Aber das sind Gedankenspielereien, die ich hier äußere. Ich war selbst nie bei einer solchen Verurteilung, einer solchen Strafe dabei. Es sind vielleicht nur Hirngespinste, die ich habe, aber es sind Sachen, die vielleicht passieren könnten. Jetzt, wo ihr wisst, dass die Regentin, und ich kann es dir definitiv sagen, die Regentin hat das verursacht. Ich habe versucht, mit Auspex danach zu suchen und bin durchaus fündig geworden an Fragmenten, die gezeigt haben, dass sie sie in eine Falle gelockt hat. Und das macht es. Was würdest du dir für eine Bestrafung für sie vorsehen, wenn du entscheiden könntest? Ich würde mich mit bestrafen. für sie hätte ich, für die Regentin hätte ich die Strafe. Das Berufsverbot, ja, sie soll das spüren, was sie Antje beigebracht hat. Aber ich habe keine Fragen gestellt. Es wäre meine Pflicht gewesen, das zu tun, was die Lehrlinge getan haben. Ich hätte das alles hinterfragen müssen. Ich hätte Nachforschungen anstellen müssen. doch das ist nicht eure Freundin, also Dirigentin. Sie wir hatten immer ein gutes Verhältnis zueinander. Ich kann auf jeden Fall verstehen, dass sie das nicht hinterfragt. Aber es ist, ich hätte ihr sehr viel ersparen können. Ich hätte meinem Kind sehr viel Leid ersparen können. Doch wenn es etwas gibt, was man bei Haus und Klan nicht lernt, dann ist das Fragen zu stellen. Zumindest nicht in Bezug auf unsere Regentschaft. Ihr solltet nicht so hart mit euch selbst ins Gericht gehen. Nun denn, ich werde bei Gelegenheit wenn es mir erlaubt ist mit Antje sprechen. Ich denke, das wird mir weiter helfen. Ich danke dir, Schlürfer, dass du dir die Zeit nimmst, um dir mein Gewäsch anzuhören. Das ist kein Gewäsch. Naja, ich werde mir dann wohl einen Platz zum Übernachten suchen müssen. Die Zimmer neben Karin. Genau genommen, der ganze Flur ist leer, also ich denke, da solltest du genug Raum für dich finden. Das ist eine gute Idee, ja. Dort werden, wenn ältere Kaniten herkommen, vielleicht auch nicht unbedingt nachsehen. Ja, sie verziert so ein bisschen leicht das Gesicht. Die Technomanten sind glaube ich nicht das Erste, wo die Meister nachschauen werden. Wunderbar. Du darfst dir aber gerne Bücher mitnehmen. Inoffiziell. Dass es dir nicht so langweilig wird dort oben. Oh ja, ich habe da eine schöne Geschichte gefunden. Und dann würde Schläffer sich jetzt auf den Weg machen. Ja, du wirst zum Abschied nochmal gekrault. Ja, wird sich mal angelassen. Als ob man eine Wahl hätte. Ich flausch dich, wann ich will. Knuddel dich und buddel dich, bis du keine Luft mehr kriegst. Glück muss er ja nicht mehr atmen. Vorteile. Yes. Stimmt. Wie gesagt, die Haut fühlt sich sehr, sehr ledrig an. So ähnlich wie bei einem Nosferatu. Ich denke, das ist sie gewöhnt mittlerweile einfach durch die Zeit. Also, vielleicht am Anfang hat sie da ein bisschen gezuckt, aber mittlerweile ist ja das, äh, okay. Was halt auch übrigens sehr ungewöhnlich ist für einen Gargülle, denn normalerweise würde man ja denken, dass sie sich so steinern anfühlen müssen. Mhm. Aber ohne Veskerika passiert das nicht. Ja. Dann würde ich jetzt, ähm, zumindest die anderen suchen gehen. Mhm. Oder nach oben gehen, oder je nachdem, wann wir da hinwollen. Ja, äh, möchte noch der, einer der anderen Vampirchen was tun. Vampirchen klingt auch so putzig. Ja, Karin, stellt direkt mal Nachforschung an ihrem Computer an, ob es irgendwie ein Ritual gibt, was ihr helfen könnte, einen gewissen Gefallen einzulösen, bei einem wunderlichen Nosferatu. Also da wir ja bei Haus und Clan sind, glaube ich nicht, dass du irgendwie googeln kannst, äh, äh, D, W, W, wie mache ich dieses Ritual? D, da müsste es sich... Rituale zur Beeinflussung von Toreador, um einem Nosferatu hörig zu werden. Hm. Ich sollte mich jetzt, ich sollte mich jetzt Schreck nicht hacken. Mhm. Naja, unsere ersten drei Ritualstufen dürfen wir ja aus der Bibliothek holen. Im Zweifelsfall. Wenn du da irgendwas hast. Aber ich hab schon mal nachgeguckt, da ist nix. Da ist nix. Nein, ich fürchte auch, dass Karin ein eigenes machen muss. Tja, oder Karin, nimm ein paar Schulen bei Chimiske auf. Wie sie dann. Chimiske.org. Die freuen sich bestimmt. Hallo. Klar, der Frau, aber ich hab da so ein Anliegen. Ah ja, die Ursuppatoren. Schön, dass wir uns widersprechen. Könnten Sie mal bitte Hand anlegen? Ja, gerne. Moment, Moment, nicht an mir. Ja, erst die Zahlung, ne? Karin wird dann tatsächlich schmerzen. nachdem sie es selber merkt. Eine geistige Memo machen, sich selber eine Datenbank anzulegen. Dann zieht sie so einen USB-Stick aus ihrem Computer, steckt ihn in einen Zauberstab rein, so scheinbar von Harry Potter und steckt ihn in ihre Tasche. Gut. Und dann säuft sie in ihrer einsamen Flur und macht die Musik erst mal laut, weil es stellt ja sowieso keinen Schwanz dar. Ist ja niemand da. Nicht mehr lange, bald darfst du dir die Ruhe teilen. Ja, aber das weiß sie ja nicht. Ja, und dann, wenn es an der Zeit ist, geht sie halt nur um. Was macht der gute Markus? Ja, der gute Markus kommt so langsam in Bedrängnis. Deswegen will er mal eine Sache tun, die er vielleicht auch am Anfang hätte machen sollen. Ich gucke mir mal, also ich berühre meinen guten Freund den Baum in meinem Zimmer und will mal gucken, wie das Ritual so ablief, das vor mehreren Jahren hier stattgefunden hat. Das ist jetzt drauf. Ich weiß nicht die ganze Zeit, aber mir ist das eigentlich an sich egal. Deswegen würde ich gerne mit Kräuterweisheit mal den Baum fragen. Hey, was kannst du mir darüber sagen? Okay. War es wirklich Lilly, die das Ritual versaut hat oder war es doch ein Unfall? Tarin sagen, aber es war Ante. Tarin war es. Die hat einen Zeitzauber benutzt und ist in die Vergangenheit gereist, um das zu sabotieren. Ich wusste, sie ist eine Magistruha. Genau, Temporis. Hier haben alle Temporis. Gut, dann erstmal meine Willenskraft, die immer noch bei 8 liegt. Gott sei Dank gegen die 4. Es könnte aber auch Meister Capeser selbst gewesen sein, tatsächlich. Ja? Wenn er ganz durchtrieben ist. Okay, aber klappt schon mal und Okkultismus plus Okkultismus plus Inklusion Brauchst du jetzt nicht eher so einen Wurf? Ja, eigentlich schon. Ich brauche ja den Willenskraftwurf. Ja, das war der Willenskraftwurf. Ich meine so einen guten Wurf. Mal gucken, was mir die liebe Moni gleich sagt, aber ja. Das sind, da ich keine Spezialisierung drin habe, drei Hits. Damit kriege ich eine klare Antwort auf eine einfache Frage von dem Baum. hat Lili Wendt dieses Ritual absichtlich sabotiert? Da das auch ein Baum so geil einschätzen kann, ob das jetzt absichtlich war. Okay, war sie dafür verantwortlich? Ich meine, vielleicht hat sie es aus Versehen angestupst, ne? Darf ich dir einen kleinen Tipp geben? Na? Hat sie zuerst die Kreide den Kreis zerstört oder ist der Kreis erst danach zerstört worden? Das wäre ja genau der Punkt. Oder einfach wie ist das Ritual abgelaufen? Ja, als ob der Baum weiß, wie das Ritual abläuft. Naja, aber er zeigt dir ein Bild davon. Wenn man ein Bild sieht, dann könntest du es genau erkennen. Ja, ich bleibe bei der ersten Frage und da zeigt er mir auch das Bild. Hat sie das Ritual kaputt gemacht? Dann machen wir das anders, dass du wieder so einen kurzen Einblick bekommst in dieses Szenario aus Baumsicht. Ich stelle mir das aber schön mit Grünfilter vor. Und da siehst du die beiden stehen. Und du siehst, dass wie die Schalen zerbrochen werden innerhalb des Kreises und sie mit dem rechten Bein den Beschwörungskreis wirklich... Also wenn das ein Unfall gewesen ist, dann hat die gute Lilly Wendt ziemlich harte Zuckungen. Also man könnte da durchaus die Absicht daraus sehen, ja. Ah, es war so ein Unfall, verdammt. Gut, dass ich der Topfer nachgeguckt habe. Hatte einen epileptischen Anfall. Ja. schwecklich. Ja, ich meine, da gibt es doch den Nachteil zu gucken, oder nicht? Da gibt es tatsächlich. Stop it! Das ist ungut. Der bezieht sich aber auf was anderes tatsächlich. Ja. auf einen Tick, den man hatte. Vielleicht war es der Tick. Ja, weiß man nicht. Der Tick irgendwie versehentlich Kreise zu zerstören. Das ist mein Kryptonien. Kreise. Kreise aus Kreide. Beschissen für jeden Tremere übrigens. Ja, das Problem ist, wie kriege ich meine Regentin jetzt gerettet? Vor allem da Karin und so gegen mich arbeitet. Warum auch immer. Ich habe ihr nichts getan. Ich arbeite doch gar nicht gegen das. Ja, versuch sie Antje zu retten, anstatt sie sie einfach hinzurichten. Herrgott. Okay, ja, aber mit diesem Wissen im Kopf wird erstmal nichts angefangen. Und ja, Sachen gepackt, wieder hübsch gemacht. Ich meine, ich glaube irgendwie, ich gehe zu einer Ventrue. Warum das jetzt die Präumogen der Gang will, das weiß ich auch nicht. Ja, ich dachte immer, Gang will hausen nur in Höhlen. Ja. Unter der Erde, im Zoo. Gar keine Vorurteile hier. Okay, dann Transition. Ich denke, ihr kommt dann alle dort oben irgendwann wieder zusammen. und Gerd haut ab. Er geht schon mal vor. Dann könnte ich tatsächlich nochmal machen, du hast zwar laut Musik an, aber irgendwann hörst du dann ein Klopfen bei dir an der Tür. Ja, Karin ignoriert das kurz. Erst wenn er nochmal klopft, dann wird die Musikleise gestellt und die Tür geöffnet. Und dann erstmal so. Hallo, Karin. Oh, Schläffer. Hey, kann ich dir helfen? Also, macht es dir was aus, wenn ich hier nebenan einziehe, für eine Weile? Du wirst hier nebenan einziehen? Mhm. Ich meine, klar. Warum solltest du mir was ausmachen? Weiß nicht. Wobei, ein bisschen Gesellschaft kann ja nicht schaden, oder? Ich meine, er deutet so den Gang runter, alles ist immer leer. Ach, weißt du, man gewöhnt sich dran. Ich habe jedenfalls kein Problem damit. Das ist nett, dass du kein Problem damit hast. Und mit der Musik auch nicht zwangsläufig. Gut, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ich kann mich besser konzentrieren, wenn die Musik bläht. Mhm. Aber hey, schön, meine Gesellschaft hier zu haben. Hm. Ein Blick so ein bisschen an dir vorbei in dein Zimmer rein. Sehr technisch. Hm. Also, der Computer blinkt auch in verschiedenen Farben, das Keyboard auch. Mehr B-Schirme. Hm. Meinst du, dieser Mistil ist sauer auf uns? Wüsste nicht, wieso. Wir haben nichts mit dir zu tun gehabt. Ja, ich habe diesen Torea da doch... Karin, guck ihn an. Oh. Es ist so schön, wenn es Klick macht. Es ist so schön. Das könnte tatsächlich ein Problem sein. Scheiße. Daran habe ich nicht mehr gedacht. Ich glaube, dann kommt Gerd auch dazu. Man kann einiges leugnen. Hören wir uns erst mal an, was ich von uns will. Vielleicht. Vielleicht. Hm. Wie. Ganz egal, was ist. Du solltest dich vielleicht im Hintergrund halten. Nickt. Und was das angeht. Und Karin macht dann halt auch die Tür hinter sich zu. Meine Tür steht dir natürlich immer offen, wenn du irgendwas brauchst oder so. Also, ich denke, du kommst mit, oder? Mhm. Gut, dann lass uns mal nach oben gehen. Vergiss die Cam nicht und er deutet auf seine Stirn. Karin tüttelt ihre Tasche. Immer dabei. Guck mal, da kommt auch Gerd, dann können wir gleich los. Ach, Gerd. Moment, einer fehlt noch. Ja, Markus. Ja, Markus kommt dann mit einem nachdenklichen Blick langsam nach oben. Ich muss euch da was sagen. Schlürfer hat einen guten Einwand vorhin vorgebracht, weswegen Mistiel uns vielleicht sprechen wollen würde. Ja. Ihr erinnert euch an unser Treffen mit dem Herrn Engel? Ja. wie Schlürfer ihm mitgeteilt hat, dass Mistiel sein Kind beherrscht hat. Hat sie das? Hat sie. Zumindest hat Schlürfer es berichtet. Es sah auch stark danach aus. Und was hat das jetzt mit uns zu tun? Nun, wir waren bei dem Treffen mit dabei und es könnte vielleicht sein, dass es darum geht. Nun, Mistiel ist aber keine Toreador. Von daher habe ich dann ein bisschen meine Zweifel. Zuck mit den Schultern. Es könnte sein, dass sie halt vielleicht ist. Der Einwand ist berechtigt, aber wir sollten uns das Ganze vielleicht offen anschauen. Okay. Ich meine, ich weiß nicht genau, wie die Leute sind. Ich meine, sie sah schon sehr hochgestochen aus. Sie ist die Primogenin der Gangrel. In einer solchen Stadt ist das nicht unbedeutend. Sie ist eine Gangrel? Ja, habe ich ihr auch nicht so getraut. Dachte, sie sind etwas wilder. Ja, nicht jeder kann ein wandelnder Stereotyp sein. Nicht jeder kann dieses angepiste Teenie-Mädchen sein, das sich mit Technik beschäftigt. Bestimmt schon. Also, dann wollen wir immer wieder fest, dass Bücherwissen einfach nicht alles ist. Und dann auch Akten verraten nicht alles. Also dann, auf geht's. Vor allem zur Primogenin. Habt ihr schon mal mit einem Primogenin gesprochen? Ja, ihr auch. Unser Primogenin, ich meinte mit jemandem anderen als Mitglieder unseres Clans. Ja, das musst du genauer sagen. Ich dachte, das wäre klar. Ja, in diesen Nächten ist es nicht mehr klar. Ja, es tut mir leid, ich habe vergessen, dass ich dir alles vorkommen muss. Ist okay, aber wo wir schon beim Thema sind, falls ihr neue Erkenntnisse habt wegen des Falls, wir sollten das untereinander teilen. Ich meine, wir sind immer noch die vier Betroffenen. Es wurde eigentlich ein Verbrechen gegen uns gemacht. Deswegen sollten wir auch zusammenhalten. Also, falls ihr irgendwelche neuen Erkenntnisse habt, immer teilen. Hast du denn neue Erkenntnisse? Nix, außer ein paar Behauptungen, die in den Raum geworfen wurden. Wäre das nicht eigentlich ein Verbrechen? Ja, ist es. Bitte der gute Markus darf Manipulation und Empathie. Nee, warte. Manipulation und Ausflüchte, genau, und ihr Wahrnehmung Empathie. Oder Geisteschärfe Empathie. Geisteschärfe Empathie. Das gefällt mir besser. So, und wir sind auch alle wieder nicht mehr eingefroren. Das finde ich auch ganz fantastisch. Sehr schön. Schwierigkeit? Konkurrierender Ruf gegen die Sechs. Auspex keine Relevanz, aber das wäre auch too much. Nee. Ich habe vier. Ich gucke gerade, wo bin ich? Drei, du hast einen. So. Kein Grund, ihn zu auspexen. Ich glaube nicht. Er scheint nicht zu lügen, das heißt noch nichts, aber gut. Warum sollte Markus lügen? Was hätte er in der kurzen Zeit herausfinden können? Ja, genau. Nichts, was wir nicht schon vorher wussten, genau. auch. Das glaubwürde ich. Also, wollen wir da? Ja, auf geht's. Außerdem bin ich nicht angepisst. Natürlich nicht. Könntet ihr das vielleicht auf morgen verschieben? Vielleicht kommt morgen schon der aus Wien, also wäre eigentlich schon besser, das heute zu klären. Was klären? Es gibt nichts zu klären. Ey, ich weiß ja, es war für dich hart zu gestehen, dass du quasi auch ... Karin ruft ein Taxi. Das wäre nämlich meine Frage gewesen, wollen wir mit einem Taxi oder wie wollen wir dort anreisen? Lass doch trempfen, wenn ihr plötzlich ein LKW geht. Ich rufe ein Taxi. Also, während Markus weiterredet, macht sie halt nichts. Aber wir wollen ja nicht, dass Karin schon wieder franzig geht, ne? Ja, ganz schlimm. Ja, ein Taxi sammelt euch auf, wenn ihr wollt, direkt vor der Apotheke oder halt ein bisschen versetzt, wie euch das am liebsten ist. Ich hoffe, Stürfer verdunkelt sich diesmal besser. Mhm. Sonst muss er in den Kofferraum als Handgepäck mitfahren. Ich fliege dem Taxi hinterher, das ist kein Problem. Ich kann mit 120 kmh fliegen. Heißt nicht! Auf der Autobahn! Und dann endet er als kühler Figur. Deja vu, I was seen this place before. Wer so durch die Lüfte driftet. Sehr gut. Es ist ein ganz normaler Taxifahrer, der euch auch ganz normal in Empfang nimmt. Wo setzt ihr euch eigentlich hin? Setzt ihr euch komplett dann zu dritt auf die Rückbank oder sitzt da nach vorne? Setzt mich nach vorne. Ja, genau, lass Markus und Karin ihn nach. Karin guckt tatsächlich dann so aus dem Fenster. Und rückt auch so ein bisschen weg von Markus so. Schöne Laudenschaft, schön dunkel. Schön ist die Nacht, raumhaft schön ist die Nacht. Und wir singen Bella Notte. Und der Gerhard singt Bella Notte. Und schnürfen mit seiner Geige hinterher viel zu spüren. Tut mir leid, ich habe null bei Expression. Das ist, glaube ich, sogar Vortrag. Ja, das ist Performance, ja. Gut, dann, äh, die Taxifahrt verläuft schweigend, wenn ihr jetzt nichts anderes sagt. Karin wird kein Wort zu Markus verlieren. schweigend Ja, und dann kommt ihr bei diesem hochherrschaftlichen Anwesen an. Also, ihr werdet so am Straßenrand abgesetzt vor euch, erstreckt sich so ein großer, überhaupt nicht übertriebener Metallzaun, ordentlich verziert, mit allem drum und dran. In diesen Metallzaun vorne sind zwei Löwen eingearbeitet, also dieses typische mit diesen Klauen und wie die die Mäuler aufreißen, dass es halt besonders episch aussieht. Ja, und dort werdet ihr abgesetzt. Wir sollten uns dringend um eigenen Wagen kümmern. So fahren? Daran soll es nicht scheitern. Natürlich kann ich fahren. Du weißt nicht mal, wie ein Telefon funktioniert. Ich meine, ich weiß, man benutzt einfach die Wählscheibe und gibt es da die Klingel. Die Nummer. Genau. Okay. Klingeln. Ja, ist so ein kleines Knöpfchen, das fällt so ein bisschen raus, weil diese Metalltore enden ja in klassischen solchen Sandsteinsäulen und wo wirklich so ein kleiner Klingelklopf angebracht ist, aber der wirkt da so deplatziert. Aber ja, wenn du da drauf drückst, passiert erst mal so ein, zwei Minuten nichts, bevor dann ein Ruck durch dieses metallene Tor geht und sich das so nach innen hin öffnet. Und ihr habt so einen schönen Kiesweg, der sich so langsam zum Anwesen schlängelt. Karin, schaut sich das Tor mal an Kameras? Nein, keine Kameras. Na dann wollen wir. Ja? Ja. Dann sind wir hier. Na dann Markus, auf, auf. Geld geht vor. Bis die sich mal einig werden. Ja, sagen wir so, der Park an sich ist schlicht gehalten. Allerdings, was auffällt hier, wächst nichts natürlich. Hier ist alles, also der Rasen ist sowas von Englisch getrimmt, auch die Büsche auch so in Tierform gebracht. Auch hier ist es wieder der Löwe, der dargestellt wird. Also diese ganzen Büsche und Buchsbäume sind halt so zurechtgeschnitten, dass es halt auch wieder Löwen sind, die dort kämpfen. Also auch so diese Klauen nach oben, aufgerissene Mäule. Und durch diesen sehr chemischen Garten, wenn ihr euch diese Auffahrt nach oben schlängelt, der Kies knarzt unter euren Füßen, bis ihr dann zu dieser ja, recht weißen Hausfassade kommt. Auch hier wieder ein pompöses Eingangstor mit zwei Säulen vorne. Also alles sehr, sehr etipetete, sehr hochwertig. Groß. Der Klassenfeind. Der Klassenfeind, ja. Und wenn ihr dort ankommt, steht schon euer Freund, der euch vorhin die Nachricht überbracht hat, dort verbeugt sich wieder tief und deutet so mit einer Hand auf diese geöffnete Doppeltüre, die in das Innere des Anwesens führt. Guten Abend, die Dame, die Herren und wie gesagt Verbeugen und Handbewegung. Bitte treten Sie doch ein. Dankeschön. Jetzt darf Karin tatsächlich vorgehen. Obacht sie auch. Ich versuche mal so mit durchzuschlüpfen. Du hast absolut keinen Stress. Es ist nicht so, dass der, sobald ihr drin seid, der die Tür zuschlägt, sondern es ist alles sehr gediegen, sehr hoheitlich dementsprechend. Es wird Zeit gelassen, dass du damit rein fliegen kannst, ohne jetzt den Stress auszuarten. und nach einiger Zeit erhebt er sich, schließt die Türe wieder, wendet sich dann an euch. Ich werde euch dann der Herren melden. Einen Moment, bitte. Und er wendet sich zum Gehen und auch hier hat man so zwei hohe Wendeltreppen, die so eine Etage höher führen. Unterhalb der Wendeltreppe habt ihr einen pompösen Gang geschmückt mit Statuen und Bildern, die so den Gang nach hinten säumen und diesem Gang folgt er jetzt quasi nach hinten und verschwindet durch eine der Türen. Karin lehnt sich mal Richtung Gerd. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass sie vom Clan Sieres ist. Tja. Der Clan bestimmt nicht alles. Und an der Stelle würde ich ganz gerne enden. Was? Ich dachte, wir haben auch das Gehörle. Ne, wir wollten ja noch so ein kleines Fragen, Antwort hinten dran hängen, falls Fragen sind zu der Runde. Ich denke, viel hat sich schon geklärt. Und für die Zuschauer, nein, zu spannend! Das ist aber gerade ein guter Cliffhanger, dann können wir einsetzen, ich möchte jetzt dieses Gespräch ungern zurecht rushen. Wichtig für die Zuschauer und auch für euch, falls es Fragen gab zum bisherigen Plot, gerade was mit Meister Kapesa, mit Lilly und der Antje dort vorgefallen ist, wäre das jetzt der Moment, wo man da Fragen stellen könnte. Ansonsten für die Zuschauer, nein, das ist nicht die letzte Folge, ich habe das mit meinen Spielern abgesprochen, weil noch sehr viele Hintergründe nicht zum Tragen kamen und nach fünf Folgen ist vielleicht auch so ein bisschen früh, ist schon eine Kampagne zu beenden, es wird definitiv eine zweite Staffel geben. Und während sich die erste damit beschäftigt hat, wie es im Inneren von Haus und Clan so ein bisschen zugeht, wenn auch nicht, dass gerade das Paradebeispiel war, wird es jetzt quasi in der zweiten Staffel eher darum gehen, wie Haus und Clan so außerhalb des Gilderhauses agiert. Und ich bin sehr gespannt. Das passt dann ja mit dem Cliffhanger. Da zieht sich Gerd doch gleich mal aus. Wir wollen ja die Gangrel auch ein bisschen beeindrucken. dass der Gerd erst mal so steht so ausgerechnet Gerd. Die Gangrel die schon mit Beherrschung um die Ecke kam. Oh stimmt. Lass mich raten, das war jetzt der kleine Oh shit Moment. Wait a minute. Es ist tatsächlich auch sie ist Venture. Okay, ja, natürlich. Ja, klar, das ist natürlich absolute Missinterpretation. Vermutlich haben wir da total Bockmiss gebaut, was das angeht. Wir haben Bockmiss gebaut, ne? Unsere Regentin ist auf der Anklagebank, aber nein, wir haben Bockmiss da gebaut. Sie wurde immerhin noch nicht ertappet. Das hier wird sich mit einem Gespräch klären lassen. Warum? Ich meine, unsere Regentin hat nichts getan. Ja. Absolut gar nichts. Und Team Fusion, Dankeschön für den Raid. Ich möchte mich an der Stelle ein ganz kleines bisschen auf den Codex berufen. Ich schwöre hiermit und so weiter und so fort. Ich werde keinen Mitglied des Hauses und Clan Stremere seiner marischen Kräfte berauben. Hat sie ja nicht gemacht. Antin kann doch noch zaubern. oder den Versuch dazu unternehmen. Das hieße, das Haus zu schwächen. Ich werde nur in Notwehr oder wenn ein Marius von einem ordnungsgemäß einberufenen Tribunal zum Gesetzlosen erklärt wurde, Mitglieder des Hauses und Clan Stremere töten oder den Versuch dazu unternehmen. Gut, Antje ist schuldig in dem Sinne, klar. versucht zu unternehmen. Ja, nee, leider nicht. Eins muss man Markus aber tatsächlich lassen, er schafft es sehr gut zu sprechen und das alles so hinzubiegen, wie es ihm passt. Das Tribunal soll im Geiste des Kodex der Trimere sowie des Periferen Kodex sein, wie sie von einer korrekt zusammengesetzten Körperschaft von Mari, das ist übrigens ein Plural, ausgelegt werden. Ich habe das Recht gegen eine Entscheidung vor einem höheren Tribunal Berufung einzulegen, wenn es bereit sein sollte, mir sein Ohr zu leihen. Also wenn der Brief nie in Wien ankommt. Dann musst du mir jetzt noch verraten, wie das Markus hinkriegen will. Ach, krieg Markus nicht. Du bist gerade bei einer Gangrel eingeladen, wie willst du gleich einen Brief abfangen. Wenn es ein Brief ist. Ich werde Haus und Kleid primär niemals aus meiner Handlung gefährden. Wir waren kurz davor vom Sheriff verprügelt zu werden. Nein, nein, nein. Und wer hat den Sheriff auf uns gehetzt? Da sind wir beim nächsten Punkt. Danke. Meine Erschafferin hatte nur Sorge um meinen Wohl und uns deswegen den hinterher geschickt. kleiner Tipp übrigens, ich werde keine Magie einsetzen, um Mitglieder des Hauses und Clans primärs zu beobachten. Noch werde ich sie nutzen, um Einblick in ihre Geschäfte zu nehmen. Das ist ausdrücklich verboten. Schön, dass du lesen kannst. was ist mir damit zu Das ist natürlich auch problematisch für uns, weil wir das mit dem Auspex tatsächlich theoretisch gar nicht machen dürfen. Auspex ist keine Magie. Ja. Das sind die kleinen Regellücken und davon gibt es eine Menge. Dummerweise hat die Regentin davon keine genutzt. Sie hat sich aber auch sehr sicher gefühlt. Ich habe mich tatsächlich auch schon gefragt, wer in dieser ganzen Runde überhaupt mal irgendwas angewandt hat während des Tribunals. Das merkt man ja nicht, das kriegt man ja nicht mit, was das im Hintergrund gibt. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der Auspex auf 4 hat. War mir zu gefährlich, weil alleine ein Auspex 2 ausreicht, um mitzukriegen, dass jemand zaubert. Wenn du aktiv Magie drauf hast, dann kriegst du mit, ob Magie angewendet wird. Ja. Also, dass du deine Dings nicht benutzt hast, deine Taumaturgie finden, das ist klar. Ja, das war mir ein bisschen zu gefährlich. Zwei Mühe. Aber hat Meister Capessa tatsächlich das alles nur getan, um Antir zu helfen? Oder hat er eigene Motive? Er war, wie gesagt, wie er das auch selber gesagt hat, er war hin und her gerissen. Weil er ist eigentlich der Trimer aus dem Lehrbuch und es gab für diesen Fall gibt es nichts aus dem Lehrbuch. Was machst du? Er hätte höchst selbst natürlich, wie das Markus gesagt hat, hätte er sich hinstellen können und Dirigenten anklagen können, dann hätte er sich selber aber auch eine Zielscheibe auf die Brust gemalt und das macht kein Kainid. Also versucht man einen Weg zu finden, dass man anderen die Zielscheibe aufzudrücken und das habt ihr ganz wunderbar erfüllt. nur wenn er es nach außen hin komplett beweisen kann und damit durchkommt, dann hätte er es machen können. Dann hätte er nicht nur an ihrem Stuhl gesägt, sondern sie direkt abgeschossen und dann wäre das Thema durch. Aber das ist halt so ein Fall von, entweder du kannst den Feind vernichten oder du musst mit dem Backfire leben. Und das hätte er wahrscheinlich überstanden, aber es wären Probleme geworden. Naja, ich werde niemals jene Schützen, die Haus- und Clan Schaden zufügen könnten. Also Meister Herr Peser hat dagegen eindeutig verstoßen. Aber jetzt dann kommen wir zu der Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Und an der Stelle, es kommt auch so ein bisschen, er ist der Lehrmeister, das hat ja Markus schon gut erzählt und als sie diese Perle benutzt hat, er hatte ja schon die Information, sie ist eine Verräterin und hatte das gar nicht mehr auf dem Schirm. Auf einmal hat sie ihn gerufen und er stand da vor diesem Häufchen Elend und sagen wir es mal so, er hat seinen Gewissenswurf nicht gepatzt, also. Er hätte sie einfach hinrichten müssen. In dem Moment eigentlich ja, wenn man laut Regeln von Haus und Clan geht. Das Problem ist, wenn er in dem Moment gesehen hätte, dass sie eine Verräterin ist, sie ist noch nicht, äh, A, kein Tribunal, und B, sie wurde ja noch nicht verurteilt. Und, und vor allen Dingen, jetzt kommt der andere Part, kein Zeichen, dass sie eine Antitribu ist. Richtig. Und damit stehst du vor, äh, stehst du einfach nur vor der Situation Anschuldigung gegen Anschuldigung. Ja, aber theoretisch hätte er sie in dem Moment vor ein Tribunal bringen müssen, ne? Das ist der Fehler, den er gemacht hat. Er hätte, also, Fehler, was das Rechtliche angeht. Er hätte sie vor, vor Gericht bringen müssen und damit eben auch direkt, äh, also, er hätte eigentlich die Situation herbeiführen müssen, die wir jetzt haben. Nur zu der Zeit schon, ja. Richtig, aber wie ich schon gesagt habe, er hätte sich damit eine Zielscheibe auf die Brust gesetzt. Ja, wäre er gescheitert, hätte er ein Problem und selbst wenn er Erfolg gehabt hätte, ähm, ich habe keine Ahnung, wer die Erzeugerin ist, äh, von, von Fräulein Wendt. Mhm. Oder der Erzeuger, wie auch immer. Wer auch immer, wird nicht begeistert darüber sein. Es ist halt so ein Kainiten-Ding. Dieses auch, das mit dem Alter, dass du vorsichtiger wirst. Also, ich meine, das finde ich ganz gut auch an dieser Runde. Ihr spielt noch sehr junge Kainiten, ihr wollt noch selber was reißen, ihr macht selber Nachforschungen, ihr handelt aus einem Gefühl heraus, äh, und ergreift Partei und setzt eure Interessen durch. Das wird mit dem Alter immer weniger, weil du ja mit jeder Aktion trittst du irgendwem auf die Füße und dementsprechend mit dem steigenden Alter versuchst du, indirekt was zu bewirken, zu manipulieren, andere in die Position zu bringen, das zu tun, was du willst. Ich finde das sehr spannend, gerade, weil ich auch die Giovanni-Chroniken durcharbeite. Und da wird auch die Motivation von diversen Ventrus beleuchtet. So blöd kannst du nicht denken, wie Ventrue Ahnen planen. Echt, also was die teilweise auch gegeneinander arbeiten, aber für sich immer den besten Outcome daraus ziehen. Das ist absolut Wahnsinn. Deswegen, aber selber nie in Erscheinung treten. Und ich sehe da auch so eine Verbindung, gerade Tremere und Ventrue gehen da sehr ähnlich vor. Ja, nicht sich selber eine Zierscheibe auf die Brust binden, weil jetzt kommt noch die Schwierigkeit mit Haus und Clan, wenn du Fragen stellst und Nachforschungen betreibst. Das sieht Haus und Clan ja auch nicht so gerne. Du bist quasi so ein Mini-Rebell in einem, also sagen wir es mal, in einem feudalen System, was noch stärker wirkt als die Camarilla. Das gibt dem Ganzen, also euch allen hat man schon jetzt so ein kleines X auf die Stirn gemalt, weil ihr alle eigentlich potenziell auch gefährlich seid. Wobei eine Kleinigkeit, was eigentlich eher ungewöhnlich ist innerhalb des Clans, dass du tatsächlich von deinem Erzeuger ausgebildet wirst. Das ist in ganz vielen Fällen, ist es halt wirklich, du wirst von Karl-Heinz gezeugt und dann gehst du irgendwo, sonst wohin, einfach um nicht diese emotionale Bindung zu haben. Jein, jein. Ja, also es gibt es sehr, sehr viel dort. Das ist, bei Giovanni ist es noch extremer, aber das ist ein anderes Ding. Wo die Leute dazu gezwungen werden, ach du magst ihn nicht, das wird jetzt dein Kind. Ja, die Giovanni sind schon ein bisschen witzig, was das angeht. Im Übrigen, wenn es auch Fragen an die Spieler gibt, also warum auch bestimmte Entscheidungen so getroffen wurden oder warum sie so reagiert haben, das wäre jetzt auch noch der gute Punkt, die zu stellen, natürlich auch später dann auf YouTube in den Kommentaren. Aber ja, dafür ist es jetzt noch gedacht, quasi Fragen zu beantworten, die sich so ergeben haben. Wenn es keine Fragen gibt, dann ist es ja immer ein gutes Zeichen, dass wir recht transparent gearbeitet haben. Oh, oh, Frage, Frage. Warum hat Schlöfer den Doppelkurs gemacht und der Regentin geholfen? Ich habe ihr nicht geholfen. Ich wollte es gerade sagen, er hat ihr nicht geholfen. Ich habe überlegt, wenn ich das Valia ersage, dann würde sie in das Gespräch einschreiten und dann erzeuge ich aber eine Situation, weil sie unter der Regentin steht, dass sie einfach nur zum Schweigen gebracht wird wieder. Man würde einfach sagen, du hast hier nichts zu sagen, so nach dem Motto. Deswegen habe ich die höchste Position angewählt. Ich hätte auch einem von euch das sagen können. Dann wäre es irgendwie mit eingeflossen. Aber so, wo die Regentin das selber gesagt hat, das quasi selber angesprochen hat, hat sie das ausgelöst, was ich bewirken wollte. Und zwar, dass Meister Capessa quasi mit der Sprache rausringt. Das war ja eine Sache. Weil das die einzige Person war, die Meister Capessa zum Reden bringen konnte in dem Moment. Ja, das war halt die Einleitung zum Showdown in dem Sinne. Und das war halt auch notwendig. Und ich habe es tatsächlich gefeiert in dem Moment, weil ich meine, es war vorher ja schon klar. Das ist ja schon angesprochen worden. Wer war das eigentlich? Gut, wir wussten, Meister Capessa hat da irgendwo was mit zu tun. Okay. Und das war dann quasi die offizielle Bestätigung plus die Anschuldigung. Und das war dann einfach nur, okay, damit kann ich jetzt arbeiten. Und die Vorlage von Markus, die habe ich erst recht nur noch gefeiert. Ja, das ist diejenige, die politisch was kann. Das ist diejenige, die sich auskennt mit Intrigen. Ihr alle nicht, aber die. Das war dann nur noch so ein, okay, ja, genau die. Girabel fragt gerade, was ist Markus Ziel? Will er der neue Regent werden? Immer, aber. Erstmal geht es Markus darum, sein, also kurz zu dir die Info, Markus ist eine arschniedrige Generation. Das kam ja schon rüber, die Erzeugerin ist ja auch nicht alt, wird ja auch immer als junge Regentin beschrieben und er ist ja halt 13. Generation, also nicht mächtig. Und das ist halt so sein Auslängeschild, ja, aber ich bin der Sohn der Regentin. Und deswegen versucht er natürlich die Regentin erstmal an Position zu halten, damit er sich selber halt so schützen kann. Ja, das ist halt vor allen Dingen auch so der Punkt, würde ich jetzt mal fast annehmen. Du machst ja gerne dieses Name-Gropping. Es würde dann zum Name-Shaming werden. Und das ist halt dann... Ich bin der Sohn der ehemaligen Regentin. Die verurteilt wurde vor allem. Und jetzt nicht mehr zaubern darf. Und damit noch glimpflich davon kam. Nee, ähm, die Frage ist ja, wie geht das überhaupt aus? Ich meine, bisher gibt es keine Beweise gegen die Regentin. Doch. Zurzeit ist es... Hm? Doch, gibt es. Äh, jetzt kommen nicht nur die... Die haben wir tatsächlich. Also, ich sag mal so, jeder andere Trimär, der das untersucht, kann halt Auspex anwenden und wenn wir ihm die Sachen halt zeigen, so nach Motto, hier, ja, guck mal, dann wird er das halt machen und ja. Das ist halt die Frage. Es ist auch ein sehr interessanter Outcome. Ich hatte ja so ein bisschen so geschaut, in welche Richtung kann das gehen, welches Ende kriegen wir an der Stelle und ich muss sagen, ihr habt das für euch Schwierigste gewählt, weil jetzt tatsächlich eine Position von außen kommt und die wird ja nicht einfach wieder gehen. Die wird erstmal den Posten der Regentschaft jetzt übernehmen, weil kein Gildehaus darf ohne Regent sein. Und dementsprechend habt ihr erstmal jemand Neuen da sitzen und ich freue mich schon tierisch da drauf, weil ich da schon sowas im Kopf habe, was ich euch da hinsetze. Das wird super. Ich freue mich, Entschuldigung, dass ich dir jetzt gerade, ich freue mich schon wirklich auf diese wunderbare Doppelsituation, falls das tatsächlich passiert. Regent von außen, der bei allem reingrätscht und ich im schlimmsten Fall dann tatsächlich auf dem Primogensposten sitze und dann so, yeah, ich habe eigentlich keine Ahnung, von denen, ja, kenne ich, kenne ich nicht, mit euch muss ich mich gutstellen, mit ihm muss ich mich gut, meh. Und da sieht man einfach dieses Bild so mit diesem Hund vor diesem Laborkittel, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Wie bin ich hier überhaupt reingekommen? Naja, dafür hast du immerhin einen guten Speer, der dir viele Dinge verraten kann, was deine Feinde so tun. Das definitiv. Mein Problem sind nicht meine Feinde. Mein Problem sind die Leute, von denen ich nicht weiß, ob sie meine Verbündeten sind. Genau die meine ich. Ich betrachte grundsätzlich erstmal jeden hier als Feind, außer vielleicht die Spieler. Ja. Wir sind Haus und Clan, wir stehen. Oh mein Gott. Ich habe gesagt, vielleicht. Also, ironischerweise habe ich momentan anderthalb Personen, denen ich halbwegs vertraue und das ist schon echt, sagen wir mal zweieinhalb Personen. Das eine ist meine Meisterin, da komme ich nicht drum rum. Das zweite ist tatsächlich Karin, was ich dabei interessant finde. Einfach aus dem Grund, sie hat bisher keinen Grund gegeben, dass sie da negativ aufgefallen wäre. Sie ist dem Clan gegenüber loyal. Und ja, sie hat zwar ein Gewissen, aber das ist ja nicht unbedingt schlecht. Okay, sie hat auch nicht mehr Gewissen als ich anscheinend, aber das ist ein anderes Thema. Was ich tatsächlich überraschend fand, ist, dass ihr nie in Erwägung gezogen habt, diese ganze Geschichte einfach, sag ich mal, mit der Regentin unter den Tisch zu kehren. Das hätte sich für euch alle als sehr lukrativ herausstellen können. Ich habe keine Charakterintention, das zu tun. Das ist richtig. Genau, das ist richtig. Aber ich meine, es gibt kein richtig und falsch. Man hat ja so verschiedene Wege, wie man das machen kann und am Anfang als Meister machst du dir ja so deine Gedanken, in welche Richtung geht das. Ich finde euren Weg unglaublich spannend. Deswegen, das ist auch so der perfekte Outcome. Perfekter hätte es nicht kommen können, weil wir alles an Drama mitgenommen haben, alles an Spannungen, Charakterentwicklung, finde ich unglaublich genial. Aber es wäre halt auch an manchen Stellen einfacher gewesen, einfach zu sagen, ja, komm, pass auf, wir haben das, das, das und das jetzt rausgefunden. Wir vernichten die Beweise, aber dafür möchten wir halt jetzt im Clan doch ein bisschen einen Schritt nach vorne machen. Wäre vielleicht zwei Folgen geworden, aber ihr wärt die High-End Ventures, sag ich schon, High-End Trimär gewesen im Gilderhaus. Einfach durch euer Wissen. Das Problem bei Karen zum Beispiel war, nachdem sie halt herausgefunden hat, dass Antje quasi genau wie sie den Nachteil Magierblut hat, sie hat angefangen mit ihr mitzufühlen, weil jetzt mal ganz im Ernst, wenn Antje das passiert, wenn sie quasi von einer Freundin hintergangen wird, weil es hat ja den Anschein gemacht, dass Dirigentin und Antje zumindest recht gut bekannt waren miteinander. Wenn ihr das passiert, wer sagt dann nicht, dass es Karen auch passieren kann und dass sie quasi so das nächste Ziel ist, wenn sie zu viel Wissen anhäuft. Das war so ihre Intention und sie hat sich halt durchaus mit Antje identifiziert, allein schon wegen dem Nachteil. Ja, um es grob zu sagen, wir sind einfach zu menschlich, als es auf die fiese Methode zu machen. Das Ding ist, bei mir wäre es tatsächlich die Linie gewesen. Für mich war Hauptlinie, ich wollte das Beste für den Clan. und das war erstmal Wissen, was rauskommt, bis dann so ein bestimmter Punkt erreicht war für mich, wo ich sagen musste, Dirigentin weiß zu viel von dem, was wir wissen. Und es gab aus meiner Sicht keine vernünftige Chance mehr, ist noch, also selbst dieser letzte Gang zur Dirigentin, hätte man ja jetzt sagen können, okay, wir wissen alles, aber ich habe mich auf eure Seite. Und dann wäre gut gewesen. Dann hätte man das Tribunal da ziemlich böse auf eine andere Art und Weise beendet. Wäre auch möglich gewesen. Nur das Ding ist, egal wie ich es gedreht hätte, es wären zu viele Feinde gewesen, also wirklich aktive Feinde, die entweder in mächtigen Positionen sind und ja, Dirigentin, wenn sie weiß, dass Du es weißt, dass Du sie zu Fall bringen könntest, ja, auch wenn sie Dich mit den Gefallen und so weiter und so fort ruhigstellt, Du bist trotzdem eine Zielscheibe, aber sowas von. Natürlich. Da säge ich lieber an ihrem Stuhl. Ja, also ganz ehrlich, ja. Das ist, da habe ich lieber irgendwo, dass ich mir tatsächlich ein paar, an ein paar Stellen vielleicht unbeliebt mache, aber an anderen Stellen mache ich mich genauso beliebt, also von daher kann ich damit dann auch leben, statt dass ich sowas mache und dann total auf die Fresse fliege. Richtig. Ja, Opportunist. Was für mich tatsächlich auch sehr, sehr wichtig war, dass ich mich eigentlich theoretisch komplett raushalte aus dem Ganzen und quasi wirklich nur ein, so zwei, also so ein, zwei Sachen im Hintergrund tue, was ich ja jetzt durchaus kann durch diese Fähigkeit, aber ja, sonst hätte ich mich halt komplett raushalten müssen, tatsächlich, weil wenn ich da einschreite und auch nur ein Wort sage, gefühlt, ich habe nichts zu wählen, ne, eigentlich. Das war von Anfang an, sag ich mal, da hatte Theoross hier den schwierigsten Charakter, das hatten wir abgesprochen im Vorfeld, aber ich denke, es ist noch mal eine ganz eigene Erfahrung, dann das auch im Spiel so zu machen. Und dass ich jetzt trotzdem, obwohl es so ist, tatsächlich was bewirken konnte, finde ich doch sehr, sehr, ja, motivierend. Man muss auch dazu sagen, dass wir durchaus recht annebend waren mit dem Gargoyle. Ja, das hätte auch in Sinne laufen können, hallo kleiner Gargoyle, mach mal dies, mach mal jenes. Hättet ihr auch machen können. Und zwar permanent. Klar. Ja, genau, wenn wir alle so gewesen wären wie Markus, so, joi, 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 joi. Ich glaube, man hat es gemerkt, habe ich ja versucht, Schlürfe auf meine Seite herzuziehen, indem ich ihm Sachen in Aussicht gestellt habe, die natürlich für Gargoyle nicht erreichbar sind. Aber theoretisch, ich hätte Antje gern umgebracht in dem Haus, aber ich fand halt, also zum Ersten, ich hätte mich ja gegen euch stellen müssen und ich alleine hätte euch auch nicht besiegen können. Deswegen fand ich es auch so gut, als Gerd dann gesagt hat, hey, du kommst mit, weil das das Zweitbeste für mich war. Ich fand es dann halt wirklich schade, dass meine Erschafferin nicht auf mich gehört hat, hey, mach du nicht die Gerichtsverhandlung, sondern lass das Neutrale entscheiden, damit es halt, weil im Prinzip hat sie sich ja nur damit geschadet, indem sie gesagt hat, ja, ja, ach, wir richten dich jetzt hin, weil mir schon klar war, dass das nicht passieren wird. Interessant wäre gewesen, wenn wir die Perle benutzt hätten. Das wollte ich ja auch, damit wir Meister Kapeser holen. Das wäre auch noch interessant gewesen. Ja. Das hätte man auch sehr gut für eine Falle theoretisch nutzen können. Ja, aber ich glaube, keiner von uns hat wirklich was gegen Meister Kapeser. Warum? Ein dreimal Blutkessel bringt jeden um. Du schmeißt die Perle hin, er kommt und jeder macht die Hand drauf und dann bam. Ja, aber wir hatten ja erst mal nichts gegen ihn. Sie hat ja erst mal nur behauptet, er hat ihr geholfen. Ja, aber zum Beispiel hätten wir so Meister Kapeser ausschalten können und Antje und dann hätten wir zur Regentin gehen können und sagen können, eure königliche Gottheit, wie Markus Höfst wahrscheinlich hätte gesagt, eure Feinde sind besiegt. Ja? Bitte gib mir eine Blut. Ja, ich verrate dir eine Kleinigkeit. Es wäre nur zweimal Blutkessel geworden. Ach, fantastisch. Ist jetzt Schlürfe ein gewandeter Gargoyle oder gemacht? Wieso ist er so klein? Das kommt noch. Das haben wir ja heute angespielt und das ist ja auch eines der Hintergründe, was mir auch in diesen bisherigen Folgen zu kurz kam, aber es hat halt auch nicht so wirklich reingepasst. Am Anfang hatte ich eigentlich geplant, das wie so ein Prolog zu nehmen, dass wir quasi einen Ausblick darauf bekommen, was mit Schlürfer passiert ist. Aber das wäre in der ersten Folge so gekommen, dass ich als Meister quasi eine Stunde da erzähle und bis dato sind mir alle die Spieler eingeschlafen und ihr als Zuschauer wahrscheinlich auch. Deswegen dachte ich, es ist da eine sinnigere Variante, wenn wir das Ganze jetzt so IT zusammen erfahren, was es mit Schlürfer auf sich hat. Und ich bin sehr gespannt darauf. Eine Sache kann ich schon sagen, und zwar, das hatten wir ingame schon, dass die Frage aufkam, ob er gemacht oder gewandelt ist und die Antwort war, er ist gewandelt. Richtig. Warum er so klein ist, denk mal drüber nach. Mhm. So. Bestehen denn von eurer Seite noch Fragen? Das ist jetzt gerade hervorragend, weil Gerd wieder auf Abwägen ist. Mhm. Jetzt brennt es wirklich. Wie die Flammen so aus der Seite herein lodern. Okay. Dann würde ich auch an der Stelle langsam den Stream beenden. Wie gesagt, es ist nicht das Ende, es ist das Staffelfinale gewesen und ich habe auch im Anschluss, sage ich mal, noch ein bisschen was drangehangen, dass wir dann auch einen smootheren Einstieg dann in die erste Folge der zweiten Staffel haben. Ich hoffe, euch hat es gefallen da draußen. Ich hoffe, auch meinen Spielern hat es gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, wir beratschlagen uns gleich, wann der nächste Spieltermin ist und dann werden wir den wieder bekannt geben über Twitter und auch beim Nerdpool. Ja, und dann wünsche ich euch einen schönen guten Abend, Dankeschön fürs Zuschauen und bis ganz bald. Tschüss. 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 Da kommt er direkt wieder. Gerd, bitte Tschüss sagen. Tschüss. 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 Vielen Dank.